Guten Morgen, guten Abend, guten Tag oder auch guten Appetit und herzlich willkommen zurück zum Goddard-Podcast. Heute mit Akt Nummer 206 und wie ihr am Titel dieser Folge vielleicht schon sehen könnt, geht es heute um Sonic Superstars im wirklich großen Fokus. Natürlich, ja. Denn wir haben das Spiel 4 gespielt und werden euch natürlich ein Review dazu geben. Und wir, das ist der Goddard-Podcast, ein Podcast, bei dem wir wöchentlich über Sonic und seine nervigen Superstars sprechen. Und wir sind der liebe David, aka Dev. Hallöchen. Und Steven, beziehungsweise Rookie, das wäre ich. Und damit herzlich willkommen. Ja, also irgendwie diese Woche war eigentlich geprägt vom Sonic Superstars Release, Punkt. Ja. Viel mehr ist nicht passiert. Hätte man damit rechnen können, ja. Es gibt noch eine nette Comic-News, die mich persönlich sehr gefreut hat. Dazu ein bisschen später. Aber ja, ansonsten. Was aber im Endeffekt auch eine Superstars-News ist, wenn man es genau nimmt. Ja, ganz ehrlich, ja. Aber wir haben ja trotzdem am Donnerstag gestreamt und natürlich war es Sonic Superstars. Oh wow, was für eine Überraschung. Ja, was für eine Überraschung. Wo wir dann zwischen den Charakteren ein bisschen hin und her gewechselt sind, die charakterspezifischen Acts gemacht haben. Wir sind bis Cyberstation gekommen. Genau, ja. Der Zonentitel sollte an dieser Stelle noch kein großer Spoiler sein, weil die Enthüllung kam schon, ich glaube, Gamescom rum. Genau, ja. Die sind schon länger bekannt. Und deswegen hoffe ich, ich spoilere da jetzt nicht so viel. Und den Streamrückblick werden wir jetzt auch ein bisschen kürzer halten, weil da halt viele Spoiler drin sind, dann was Zonen angeht. Aber grundsätzlich, Stream lief soweit gut. Es sind ein paar merkwürdige Dinge passiert, so wie üblich. Natürlich, ja. Aber wir sind alles in allem gut durchgekommen. Jo. Haben wir alle sieben? Ich glaube schon nicht. Wir haben alle sieben, ja. Ja, genau, ja. Und wir haben auch eine neue Kanalbelohnung für Kanalpunkte, die man halt beim Schauen einfach sammelt. Das bringt uns nichts, aber ist für alle, die zuschauen, eine nette Möglichkeit, uns irgendwas aufzuerlegen. Und diese neue Kanalbelohnung ist, dass ich mich in einem Sonic-Bademantel setze und zocke. Und das ist sehr angenehm. Ja, aussagsmäßig wollte ich eine nette Kanalbelohnung für dich vor allem. Auch wenn es sehr merkwürdig aussieht, wenn man diesen Bademantel anhat und einen Sonic-Hoot auf. Ja, das volle Programm. Das Sonic-Hoot sieht halt sowieso ugly AF aus, von daher. Ja. Aber jetzt, wo wir auch mehr und mehr Zuschauer bekommen im Stream, sollten wir uns langsam überlegen, die Kanalbelohnung preislich etwas anzuziehen. Ja, stimmt schon. Diese Sachen werden schon irgendwie jeden Stream vom Vorderen gespammt. Ja. Also mal schauen. Das sollten wir demnächst mal angehen. Aber auch vielen, vielen Dank dafür, dass in letzter Zeit so viele Leute zuschauen. Ich bin echt überwältigt. Ich habe jetzt ein bisschen auch alleine gestreamt, hauptsächlich Superstars und Frontiers natürlich. Und auch da waren dann immer so durchgehend zehn Leute. In unseren Donnerstag-Streams sind es 15 bis 20 Leute eigentlich permanent. Und das ist voll cool. Ich finde das voll toll. Ja, das ist echt großartig. Das sind sehr, sehr nette Zahlen. Rege Chat-Aktivität auch. Und das macht einfach, das macht Spaß. Das macht Laune, ja. Das macht den Stream einfach viel kurzweiliger und viel toller, wenn man einfach auch ein bisschen mit Leuten interagieren kann während dem Streamen. Und dafür sind die Livestreams ja letztendlich grischendals auch da. Abgesehen von einer Sache, die ich hier nochmal erwähnen möchte. Bitte, wenn wir nicht explizit darum bitten, kein Backseat-Gaming. Also nicht die ganze Zeit, warum machst du das denn nicht so und so. Wir sagen es im Stream auch häufiger, aber das ist halt für uns, die da sitzen und streamen. Da spielt man Spiele einfach anders. Ich kann das nicht beschreiben, aber man wird häufiger getroffen. Man stirbt häufiger, weil man ist einfach nicht so fokussiert auf das Spiel, wie wenn man alleine spielt. Und ich spiele sowieso auf etwas speziellere Art und Weise durch manchmal. Ja, eindeutig. Und auch wenn das, ich kenne das von mir selbst. Ich habe, ich schaue hier und da immer mal Game Grumps und ich finde das zwischendurch richtig anstrengend, Aaron Hansen, zu sehen, wie er dadurch dieses Spiel sich im Prinzip, wie nennt man das, wie er durchs Spiel stolpert. So in etwa, ja. Also ich weiß, wie anstrengend das als eine zuschauende Person sein kann, da zuzuschauen. Aber bitte, bitte trotzdem kein Backseat-Gaming, weil das macht es für uns halt echt zwischendurch anstrengend. Natürlich. Wir wollen trotzdem noch irgendwie unsere Erfahrungen einfach jeweils in den Vordergrund stellen. Und wenn dann da einfach immer über die Schulter reingeredet wird von wegen, hey, mach das so und mach das so und so, das fühlt sich dann nicht mehr wirklich authentisch an. Ja. Dementsprechend, ja. Ja, Backseat-Gaming, wenn wir da noch fragen, wenn wir irgendwie fragen, hey, könnt ihr uns zu dieser und jeder Stelle Tipps geben? Könnte man da vielleicht was anderes machen? Dann gerne, aber ansonsten bitte ein bisschen zurückhalten in der Hinsicht, Job. Oder ihr macht es einfach so wie David und ich streame alleine und David ist im Chat und schreibt auch gerade in dem Moment und ich frage dann so, ja, dieser Boss, wie viele Treffer brauchten der noch? Und kommt da noch eine weitere Phase? Kann mir das bitte jemand sagen? Und es kommt einfach nichts. Ja, sorry, ich war leider leicht abgeleckt bei dem Streamer. Ich habe nur kurz ein bisschen zwischendurch reingeschaut. Danke, David, du bist immer so hilfreich. Ja, ich hätte es dir sagen können, wenn ich ein bisschen aktiver da gewesen wäre, aber ja. Was das Ironische ist, wenn David Backseat-Gaming macht, was er häufiger mal tut, und wenn er sagt, ja, mach doch das so und so, stell dich da mal in die Mitte, das ist bei Sonic Mania passiert, da wirst du nicht getroffen. Ich stehe in der Mitte und was passiert? Ich werde getroffen und sterbe und bin dann so, danke, David, danke, dass du so hilfreich bist. Ja, mein Backseat-Gaming ist tatsächlich nicht sehr förderlich für den Streamer, habe ich gemerkt. Nee, wirklich überhaupt nicht. Jedes Mal, wenn du mir was sagst und ich das so mache, dann sterbe ich. Ja. Ich meine, gut, das könnte vielleicht noch ein bisschen an mir liegen, weil, wie gesagt, ich spiele manchmal etwas speziell. Aber ja, das war unser Stream. Diesen Donnerstag geht es weiter und es gibt ja nach dem ersten Playthrough noch einen zweiten Playthrough, den man machen kann, ohne da jetzt zu viel sagen zu wollen. Und da sind wir uns noch nicht sicher, ob wir den komplett durchziehen werden, weil man die Zonen und sowas alles kennt. Wir werden da ein bisschen Gameplay wahrscheinlich von zeigen, aber wir sind noch unsicher, ob wir wirklich das komplette Ding machen wollen, weil es gibt da schon ein paar Sachen, die sind nicht schön und die würden mehrere Streams in Anspruch nehmen, wo wir nichts anderes tun als diese eine Sache. Könnte passieren, ja, eindeutig. Und deswegen, wir überlegen uns da noch was, wie wir das handhaben, aber es wird wahrscheinlich so laufen, dass wir diesen zweiten Playthrough vom Spiel nicht in aller Gänze zeigen werden, weil das dauert einfach zu lange dafür, dass man das alles schon kennt. Genau, ja, es ist doch größtenteils die gleiche Erfahrung, nur halt ein bisschen angepasst, was Level Design angeht. Und mit Bossen, die sogar noch um einiges länger dauern als im Hauptspiel. Also, ja. Das sage ich in vollem Bewusstsein, dass wir Sonic Frontiers im Extremmodus noch streamen werden. Mhm. Oh nein, das stimmt. Aber fairerweise, da habe ich auch deutlich mehr Bock drauf, als auf Sonic Superstars. Ohne, also, das soll jetzt kein Teaser sein für das Review. Ich werde im Review einiges zu sagen haben. Positiv sowie negativ. Aber ich habe einfach generell an 3D-Sonic-Spielen mehr Spaß. Mhm, klar, ja. Und, hey, warte, eigentlich stimmt das gar nicht. Ich habe super Bock gehabt auf Mania und auf die Hälfte von Sonic Origins. Mhm. Es ist halt einfach irgendwie, Superstars huckt mich nicht. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Mhm, okay, ja. Es ist für mich kein schlechtes Spiel. Es ist aber auch kein Spiel, wo ich jetzt eine super-hype-Zeit oder sowas drauf habe. Weil ich war auch nicht gehypt auf das Spiel. Für mich ist das so ein Ding, es ist einfach da. Mhm. Aber mehr dazu später. Ja, mehr dazu später. Dazu mal ein kleiner Teaser, ja. Und keine Sorge, David hat wesentlich positivere Eindrücke. Ja. Ich bin diesmal so ein bisschen das Gegengewicht, ja. Und das war es, wie gesagt, mit unserem Stream-Recap. Und eine Sache habe ich noch zu berichten. Und das betrifft Sonic Dash. Mhm. Ähm, einfach nur, weil ich habe da mal drüber gesprochen, dass ich Sonic Dash droppen werde jetzt, wo dieses Cards-Update draußen ist, was einfach furchtbar ist. Und eigentlich mit jedem Update nur schlimmer gemacht wird. Oh, ja. Und ja, jetzt habe ich auf der iOS-Version mir dann alle Achievements geholt. Das war so ein Ding, was ich noch machen wollte. Außer dem Facebook-Login-Achievement, was noch da ist. Aber man kann sich nicht mehr bei Facebook einloggen. Oh, cool. Das ist immer toll. Und jetzt werde ich Sonic Dash halt einfach an den Nagel hängen. Und ich werde ein bisschen, weil mir das Gameplay an sich halt immer noch Spaß macht, ich werde Sonic Dash Plus spielen. Mhm. Wo es auch mindestens doppelt so viele Achievements gibt, wo ich die ganzen Charaktere noch für freischalten muss. Aber das hat halt dieses furchtbare Cards-Update nicht. Das macht mir halt wirklich Spaß immer noch. Ja. Und das ist halt die Version, die exklusiv über Apple Arcade ist. Da werde ich auch noch alle Achievements jetzt holen. Und ich finde das sehr schade, muss ich sagen. Weil Sonic Dash habe ich schon eine etwas krank hohe Spielzeit. Mhm. So in meiner Android-Version, die ich mal auf 100% hatte. Mittlerweile, ich habe die letzten Events da ausgesetzt und das schon länger nicht mehr gespielt. Da hatte ich schon alle Achievements schon seit Ewigkeiten. Ja. Und ich habe eine Total Gameplay-Time von sechs Tagen. Ah. Wie schlecht. Jetzt müsste ich Mathe können. Mal gucken. 6x24. 6x24 sind 144 Stunden. Holy moly. Und da fehlen zwischendurch noch irgendwie zwei Monate, wo mir hier Progressverlust, äh, Verlust gegangen ist, ja. Äh, verloren gegangen ist. Mhm. Und, ähm, zwei oder drei Monate und keine Ahnung. Es ist im Endeffekt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, so wenigstens zehn Stunden. Mhm. Aber das ist eine echt hohe Zeit. Und, äh, auf iOS bin ich jetzt bei einem Tag und elf Stunden. Das sind 35 Stunden. Mhm. Und in Sonic Dash Plus, äh, hab ich eine sehr ähnliche Spielzeit. Also, ich habe Sonic Dash echt gemocht und echt krass viel gespielt. Mhm. Äh, Sonic Dash Plus hat gerade einen Tag und zehn Stunden. Wow. Okay. Aber, so, keine Ahnung. Für mich haben sie das Game leider absolut versaut, so. Es wurde sowieso schon immer schlechter. Also, diese freien Sachen, die du bekommen hast, so wie rote Ringe und sowas, hast, wurde immer weniger. Aber es war immer noch gut machbar. Und jetzt kam halt dieses Cards Update und hat einfach die komplette Progression gekillt. Weil, sobald ein Event vorbei ist, kann es halt sein, dass du bestimmte Charaktere einfach nie wieder aufleveln kannst. So wie die Lego-Charaktere. Mhm. So, hast du die nicht aufgelevelt bekommen, äh, wo du auch tausende Karten sammeln musst erst mal. Die wirst du nie wieder bekommen, weil sie nie wieder ins Spiel kommen. Und du kriegst diese Karten nicht mehr, weil's, äh, Epic-Characters sind. Ui. In Sonic Dash Plus ist das besser gehandelt, weil jeder Charakter, von dem du mindestens, äh, ein Token mal gesammelt hast in irgendeiner Form, also ein Token, das ist, die sammelt man halt einfach so auf der Strecke, so wie Karten, aber halt nur für diesen spezifischen Charakter. Mhm. Aber da bekommst du am Ende von einem Abschnitt nicht nur Ringe, so wie es im normalen Sonic Dash der Fall ist, sondern eine Random-Belohnung, wo auch Charakter-Tokens dazu zählen. So hab ich Lego-Tales da freigeschaltet. Ich hatte einen Run gemacht, als das Event lief und sobald du halt irgendwie einen Token in irgendeiner Form hast, kannst du die als Belohnung bekommen. Ja. Das find ich wesentlich besser gelöst. Ja, denk ich mir. Und du brauchst sie nicht zum Level-Upgrade. Also doch, in Teilen da schon, aber, ähm, das sind pro Stat 35, die du brauchst, und das ist machbar. Mhm. Ja, das ist mein kurzer Sonic-Dash-Rant. Äh, Sonic-Dash werd ich jetzt einfach an den Nagel hängen und, ähm, nicht mehr spielen. Ich bleib dann bei Sonic-Dash Plus, das macht mehr Spaß. Okay, ich werd's weiterhin auch nicht spielen, weil, mach ich nicht, ich spiel aktuell keine Mobile-Spiele. Und dementsprechend verliere ich doch nichts. Ja, Sonic Forces hab ich ja auch schon vor Ewigkeiten gedroppt, aber das spiel ich auf iOS jetzt auch immer nochmal, um da alle Achievements zu holen. Mhm. Äh, Achievement-Jäger zu sein ist scheiße. Das klingt ein bisschen auch anstrengend, ja. Vor allem, weil ich da 1000 Kämpfe gewinnen muss. Mhm. Ich weiß nicht, bei wie viel ich bin, äh, 100 oder so, wenn's hochkommt. Mhm. Also, das dauert halt abstrus lange. Mal gucken, äh, ich guck jetzt mal nach, äh, jetzt. Jetzt ist das Spiel gecrashed, sehr schön. Oh, cool. Sehr passend. Oh, da fällt mir noch ein, wir können noch eine News bringen, ha. Spannend. Yay. Ja, jetzt, wo ich die Spiele aufhatte, ist mir so aufgefallen, oh ja, hm. Da sind, da laufen gerade, da laufen gerade Events. Wow. So, mal gucken, Achievements, äh, ich bin bei 11% von den 1000 Kämpfen. Aha, ich kenne noch eine Weile Laune, hab ich das Gefühl. Ja, das, das dauert eine ganze Weile. Ich hab das ja auf Android alles schon durch, also, äh. Ah, naja, so, ich spiel vielleicht ein, zwei Runs am Tag oder sowas, dann, ja, dauert's halt ein bisschen. Ja. Aber, das Vorgeplänkel jetzt erstmal durch, kommen wir doch jetzt zum News-Rückblick. Mhm. Und bevor ich's wieder vergesse, bringe ich einfach direkt die News, ähm, die mir gerade eingefallen ist, nämlich, gerade läuft noch ein Classic Supersonic Event in sowohl Sonic Forces Mobile als auch Sonic Dash als auch in Sonic Dash Plus. Tipp. Sonic Superstars. Ja, für Sonic Superstars im Endeffekt und ihr könnt Classic Supersonic da in den Spielen freischalten. Das funktioniert allerdings nur noch bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts morgen. Oh, okay. Wie gesagt, in Sonic Dash müsst ihr Karten sammeln, in Sonic Forces Mobile auch und die bekommt ihr als Belohnung aus Truhen. Mhm. Und in Sonic Dash Plus müsst ihr 500 Tokens auf der Strecke sammeln. Das dauert so Stunde, anderthalb Stunden wahrscheinlich, wenn ihr das, äh, direkt komplett durchziehen wollt. Okay, also theoretisch habt ihr vielleicht noch Zeit, wenn ihr nicht jetzt im Podcast direkt am Montag hört, sobald ihr rauskommt und ihr euch gleich im Spiel einloggt und loslegt. Genau. Also, viel Erfolg dabei. Ja. Und dann kommen wir zu offensichtlichen News, denn Sonic Superstars ist draußen. Mhm. Es ist endlich da. Also gut, was heißt endlich? Das ist ja noch gar nicht so ewig angekündigt, oder? Stimmt, ja. Aber man hat sich auch bald... Also die Ankündigung hatten wir... Wann hatten wir die Ankündigung? Das war vor drei Monaten, vier Monaten, fünf Monaten, so in dem Dreh? So ungefähr, ja. Also es ist doch eine relativ kurze Zeit eigentlich gewesen, kommt mir so vor. Ja, ich glaub, es ist Juni angekündigt worden. Juni, Juli, sowas in dem Bereich. Bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Das war ja damals zu den, äh, zur Summer Game Show. Mhm. Ja, das müsste Juni gewesen sein, so die Drei-Zeit ist das ja immer. Stimmt, da saßen wir sogar noch im Stream und dann so, ja, da wurde grad ein Sonic-Spiel angekündigt. Warte, was? Ja, dann kommt mir bei so, wait, what? Aber ja, das ist jetzt, das Spiel ist jetzt draußen und hat noch einen kleinen süßen Launch-Trailer bekommen mit, äh, ja, ein paar CGI-Szenen, die so nicht im Spiel drin sind leider, aber die sehen echt hübsch aus. Ja. Toll gelungen, ja. Und man sieht halt, äh, einige Sachen aus dem Spiel und hier möchte ich auch eine kurze Warnung aussprechen, ähm, denn nicht nur spoilert das einige der Zonen, sondern auch, äh, ja, teilweise Elemente, die erst relativ spät im Spiel auftauchen. Mhm, ein bisschen. Deswegen seid da ein bisschen vorsichtig. Man sieht zum Beispiel die letzte Zone einfach. Ja. Ich bin so, okay, fein. Das, das ist auf jeden Fall ein Spoiler, danke. Ja. Ähm, es ist ein schöner Launch-Trailer und die Sequenz, äh, vom, vom letzten Level, die geht nur eine Sekunde oder sowas, aber es ist drin, also seid vorsichtig. War auch ein Moment im Trailer, wo sich viele Leute gefragt haben von wegen, wait a minute, was, was fliegt da im Hintergrund rum? Ach ja, das, das nervt mich so, das ist halt maximal eine Anspielung. Ich sag, die Leute lesen da einfach viel zu viel rein, oh mein Gott. Es ist weird, aber es ist, glaube ich, wirklich nicht mehr. Es ist einfach nur ein kleiner, kleiner Hint. Aber ja, dazu vielleicht später mehr. Ja, dazu später mehr. Und, ja, Sonic Superstars könnt ihr euch für eine UVP von 60 Euro sowohl digital als auch Retail kaufen für alle Plattformen. PC, hier nochmal der Hinweis, ähm, soll ich jetzt über die PC-Version renten oder soll ich es später im Review machen? Ähm, why not both? Okay, äh, für die PC-Version, die ist exklusiv auf Amazon verfügbar, Hashtag not sponsored. Und ihr bekommt im Prinzip für 60 Euro ein sehr teures Stück Pappe. Das ist so ein kleiner Pappschuber, der übrigens beim Versand sehr wahrscheinlich schon kaputt gehen wird, also so zusammengedrückt werden wird. Ja. Ähm, da drin, wenn, also ihr zieht das Ding halt aus dem Schuber, klappt es auf, da ist dann auch das Wendekover zu sehen, aber nur halt aufgedrückt. Äh, dann ist ein Quickstart-Guide dabei, äh, Lego-Werbung und ein Steam-Code, wo, ähm, ja, im Prinzip das Spiel in der Pre-Order-Version drauf ist, also mit Pre-Order-Bonus, äh, in Form des Eggman-Kostüms. Okay, immerhin. Bei allen anderen Retail-Versionen liegt der Code für das Eggman-Kostüm separat bei. Also das Lego-Kostüm für Eggman, für die, die das jetzt nicht wissen. Genau, ja. Und, ja, weiß ich nicht. Äh, ich find es cool, dass es diesen PC-Release gibt, aber alles daran ist für mich scheiße gelaufen. So, es ist nur so ein dummes Pappschuber-Ding. Äh, es wurde auf der, beim Transport schon zerdrückt, weil ich halt noch zwei andere Spielversionen drin hatte, nämlich Switch und, äh, Xbox. Ja. Und, ach, das ist... Ich werd die PC-Version wahrscheinlich nicht mal groß spielen, außer es kommen irgendwann coole Mods. Mhm. Wo es jetzt übrigens schon welche gibt, also es gibt schon einen fucking Sonic-Rush-Mod, was da einen Boost hinzufügt und alles. Und ich scroll so durch Eggs und bin so, was? Das Spiel ist eine Woche draußen und da kommen teilweise schon solche Sachen, einfach, die rausgebracht werden. Es ist sehr fasziniert. Die Sonic-Fanbase fasziniert mich immer wieder. Und was noch für die PC-Version zu erwähnen ist, mittlerweile gibt's auch einen Patch, der das etwas erträglicher macht. Äh, aber auch für die Steam-Version. Es läuft nicht über den Epic Games Launcher, allerdings wird Epic Games genutzt, um Crossplay zu ermöglichen. Das heißt, zum Release-Zeitpunkt des Spiels war es halt immer so, wenn das Spiel gestartet wurde, kam dieses Epic Games Overlay und sagte halt, ja, hier, verknüpf mal deinen Account mit Epic Games. Und, I don't know, das war sehr, sehr weird und hat mich auch sehr aufgeregt. Ja, nicht nur dich. Das war vor allem für Steam Deck-Nutzer sehr, sehr nervig, weil da hat man dieses Pop-Up mit dem Epic Game Account, das hat man nur sehr, sehr schwierig mitkriegen können. Und man hat das Spiel teilweise auf dem Steam Deck nicht ordentlich starten können, eben wegen diesem Problem. Ja, und gerade mal, was ich getan habe. Ja, es ist ja auch echt ein gutes Spiel für Steam Deck. Es bietet sich ja echt super an. Aber dieses Problem mit diesem Launcher hat den Release dann leider ein bisschen zunichte gemacht. Und das hat sich halt vor das Intro geschoben, vor das animierte Intro des Spiels. Das lief da einfach dahinter und dieses Pop-Up deckt halt fast das ganze Ding ab. Das war echt, also, PC-Version, sie haben das weggepatcht, in Anführungsstrichen. Der Prompt kommt jetzt nur noch irgendwie einmalig irgendwann, ich weiß nicht genau wann, ich hab's noch nicht getestet, aber... Ich schätze mal, wenn man den Multiplayer rein will, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Kann auch schon genau schauen, ja. Also, es ist halt erträglicher geworden, aber, naja, es ist trotzdem ein mal wieder gezeichneter PC-Release, weil da ist halt nicht nur das Denuvo-DRM bei, sondern auch Epic Games-DRM, wo ich mir denke, ja, warum kommt schon, Leute? Ja, das wird nicht so schwer sein. Aber ja, wie gesagt, überall erhältlich, digital gibt es noch zusätzlich die Digital Deluxe Edition für 70 Euro. Falls ihr nur die Standard-Version habt, weil ihr das Spiel Retail gekauft habt oder so, das ist dann direkt noch eine nächste News, die ich jetzt einfach direkt mal mit abreiße. Genau. Könnt ihr euch das Digital Deluxe-Update kaufen für 15 Euro und da ist dann mit dabei der Rabbit-Skin, die Lego-Skins für Tails, Knuckles und Amy, ein paar Hintergrundbilder und mehr weiß ich gerade nicht. Ich glaube, das müsste auch gewesen sein. Ich glaube noch irgendwie was für den Multiplayer, so Roboter-Teile, glaube ich, sind da auch noch dabei. Aber könnte mich jetzt täuschen. Und auf Steam ist zumindest auch gelistet, dass die, ja, Cartoon-Kostüme, die sind halt da. Ich muss jetzt aber mal parallel checken, ob man die mittlerweile kaufen kann, weil das ging bisher nicht. Moment, Sonics Superstars. Auf jeden Fall kann man aber den Amy-Skin kaufen. Ja. Das Lego-Funpack gibt es übrigens einzeln für 4,99 Euro, auch sehe ich gerade. Das Comic-Book-Skinpack ist nicht erwerblich. Oh, immer noch nicht. Schade. Nee, sehr schade, weil das sieht halt cool aus und das ist halt exklusiv bei Amazon Japan gewesen, glaube ich. Ursprünglich, ja. Aber ja, irgendwie ist das halt nicht da. Mal gucken, ob das noch irgendwann kommt. Ja, hoffentlich. Und ja, der Lego-Sonic-Skin ist als Gratis-DLC verfügbar auf allen Plattformen. Also das ist nicht nur für Vorbesteller, der ist einfach für alle. Also Lego-Sonic habt ihr quasi per Default da. Ja. Und das reißt dann die News direkt ab vom Upgrade von der Standard zur physischen Digital Deluxe Edition. Ja, man sollte vielleicht noch erwähnen, wenn man sich die Digital Deluxe Edition im Vorfeld geholt hat oder halt nachher noch holt, dann kommt man tatsächlich ein bisschen billiger raus, weil das Upgrade kostet 15 Euro. Die Digital Deluxe Edition allerdings als extra dazu kostet nur plus 10 Euro, also 70 statt 60. Und dementsprechend, wenn man sich vorhat, irgendwie diese ganzen Sachen in der Digital Deluxe Edition ebenfalls zu holen, dann sollte man von vornherein die Digital Deluxe Edition auch kaufen, weil im Nachhinein zahlt man einen Fünfer drauf im Grunde. Vielleicht aber, muss ich sagen, auch ein bisschen frech. Ist auch ideal. Ich schmeiß denen schon mein Geld in den Rachen und dann bezahle ich am Ende noch mehr. Ja, damit wollen sie halt irgendwie zum Kauf von der Digital Deluxe Edition von vornherein bewegen. Das ist sowieso der BW-Grund, weil im Nachhinein zahlt man dann noch mehr, wenn man diese Inhalte haben will. Aber ja, es ist ein bisschen shady. Nicht sehr cool. Und was vielleicht noch erwähnenswert ist, die Digital Deluxe Inhalte könnt ihr, glaube ich, nur mit dem Day-One-Patch dann auch spielen. Ich glaube, vorher sind die nicht verfügbar. Ja. Aber der Day-One-Patch wird wahrscheinlich eh direkt mit den Inhalten runtergeladen, von daher sollte das keinen Unterschied machen. Ja, da war ich schon. Das war der Fall mit meiner Review Edition tatsächlich. Da habe ich die ganzen Sachen auch erst zum Launch bekommen. Und wo wir schon... Oh mein Gott, David, was machst du da im Hintergrund? Sorry, ich habe gerade mein Kabel ein bisschen eingekleppt. Ja, es wirkte gerade so, als wärst du vom Tisch abgerutscht. So laut? Oh mein Gott, mein Mikro ist viel zu sensibel aktuell. Ja, was den Day-One-Patch angeht, den gibt es. Der hat ein paar Soundprobleme gefixt, die David letzte Woche in seinen Ersteindrücken geschildert hat. Und auch, dass es im Menü manchmal ein paar Einstellungsschwierigkeiten gab. Das war zumindest auf der PlayStation 4 der Fall, wo du gespielt hast. Ob du auf anderen Plattformen, weiß ich nicht. Ja. Auf der Xbox ist mir auf jeden Fall nichts derartiges aufgefallen. Mhm, das war ja das Problem, dass sich irgendwie das Optionsmenü sich nicht gespeichert hat. Also selbst wenn ich da Sachen angepasst habe und dann ins Spiel zurück bin, war es noch der Stand vor den Anpassungen. Das hat sich ständig zurückgesetzt. Mit dem Day-One-Patch kein Problem mehr. Man kann jetzt Sachen anpassen und ich habe endlich die Soundeffekte, die Lautstärke runterdrehen können. Sehr gut. Und das ist um einiges Angelegenheit. Ansonsten ist nicht offiziell veröffentlicht, was in dem Patch alles drin ist. Wir können nur spekulieren. Es sind wahrscheinlich ein paar Bugfixes und ja. Genau. Aber toll, dass da vor allem ein paar Sachen einfach gefixt worden sind, wo ich mir ursprünglich gedacht habe, vor allem, das ist jetzt nicht ganz ideal. Vor allem die Soundprobleme, wie gesagt. Und eine letzte News haben wir noch zu Sonic Superstars. Und das ist das Reversible Cover. Denn ja, jede physische Version hat ein drehbares Cover, wo dann noch ein sehr, sehr schönes Classic Sonic Artwork ist. Sieht echt cool aus. Und das hat der Sonic Twitter natürlich auch auf Twitter veröffentlicht, um es allen zu zeigen. So, hey, guckt mal, was wir cooles haben. Ich mag an dem Artwork besonders, wie Classic Sonic einfach so ein bisschen die Sonic Adventure Pose macht. Ja, kanonisch wurde ja jetzt enthüllt. Es spielt zwischen Sonic Mania Adventures und Sonic Adventure. Ja, ich schätze mal. Macht Sinn. Und ja, das ist ein schönes Artwork. Ihr seht es wahrscheinlich als Thumbnail für diese Folge. Ja, würde ich auch bieten. Weil das normale Superstars Artwork haben wir schon. Und das letzte Woche war halt schon so ein Stück Text noch von dem Famitsu Cover. Weil ich will halt wirklich vermeiden, für mehrere Folgen dasselbe Cover Artwork zu nehmen. Fair. Deswegen, ja, nehmen wir jetzt einfach das. Das bietet sich gut an. Ja. Sehr cool. Danke, Mr. Sonic Twitter. Yay. Oder Mr. Sonic X. Es klingt nicht so gut. Ich weiß nicht, ich assoziiere damit irgendwas, was nicht in allen Punkten wirklich gut in der Fanbase ankam. Aber, hm. Ja. Ich kann mit dem Finger nicht drauf zeigen. Keine Ahnung. Es hat noch nie irgendwas gegeben, was Sonic X geheißen hat. Ich hab's alles verdrängt. Und um es hier nochmal erwähnt zu haben, bevor ich das Mikro an den David übergebe für die weiteren News. Wir haben uns explizit dafür entschieden, zwei News rauszuhalten, weil es noch Gerüchte sind und weil wir nicht wissen, wann genau wir da was sehen werden. Ja. Äh, einmal gibt es das Gerücht, dass ein erster Sonic the Hedgehog 3 Teaser an der ShowEase 2023 gezeigt werden wird. Also, Sonic the Hedgehog 3 im Sinne von Sonic the Hedgehog 2, right? Der Film. Ja. Äh, das ist dann am 23. Oktober, also heute, wenn ihr diesen Podcast, äh, zum Releasetag hört. Oh, tatsächlich, ja. Allerdings, äh, ist das wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil der Film kommt voraussichtlich im Dezember 2024 raus und wir wissen immer noch nichts über diese scheiß Nucket-Serie. Oh mein Gott. Ja, dafür, dass ich irgendwie 2023 rauskommen hätte sollen, wissen wir echt erschreckend wenig davon, leider. Ja, auf jeden Fall, ähm, vielleicht kommt da ein Teaser, vielleicht nicht, wir wissen es nicht. Und selbiges gilt auch für einen zweiten Teaser von Sonic Prime Staffel 3, der Abschluss der Serie dann. Mhm. Ähm. Der kommt im Rahmen von der Netflix Geek Week scheinbar, die jetzt Anfang Oktober, Anfang Oktober so eine Woche laufen sollte, das ist so ein digitales Event, wo halt Netflix Medien geteased werden und halt immer wieder mal so Trailer und andere Sachen eben einfach veröffentlicht werden. Ja, aber die war doch schon, da haben wir doch den Teaser bekommen, über den haben wir sogar gesprochen, David. Äh, ne, ne, das war ein anderes Netflix-Event. Das war das Netflix, keine Ahnung, wie das doch geheißen hat, aber... Aber wenn das Anfang Oktober stattfinden soll, dann war das trotzdem schon. Habe ich Anfang Oktober gesagt? Nö, Anfang November. Oh, okay, ja dann, ne, war mein Name. Anfang November. Deswegen war ich gerade so verwirrt, so, hä, aber, 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 was? Du hast mir das vorhin so als neue News verkauft und jetzt kommst du ja, die sollte Anfang Oktober stattfinden und dann bin ich so, Moment, das hatten wir schon. Okay, my bad. Natürlich, Anfang November kommt diese Netflix Geek Week. Ja, okay, dann ergibt das mehr Sinn. Aber auch da wissen wir keine genauen Details. Wir wissen nicht, ob wir das direkt zu Gesicht bekommen werden. Deswegen haben wir es jetzt im Newsrückblick eben nur so als kleine Erwähnung drin, aber auch nicht irgendwie in den Shownotes dann verlinkt oder sowas. Also, basically, es könnte sein, dass wir vielleicht eventuell in den nächsten paar Wochen was zu Sonic the Movie 3 und Sonic Prime sehen, zur dritten Staffel. Und damit übergebe ich jetzt das Wort an den lieben David, weil es gibt Comic News. Ah ja, und es gibt sogar erfreuliche Comic News. Ah ja, sprich für dich. Ich werde im Review nachher noch ein bisschen was dazu sagen, warum ich diese News nicht so toll finde, aber dazu kommen wir noch. Okay, okay, ja. Aber ja, wir haben wieder ein neues IDW-Sonic-Comic-Footer. Es ist eine neue Miniserie auf dem Weg. Und zwar, wir haben ja letztens die Situation gehabt, es sind jetzt immer nur so One-Shot-Ausgaben gekommen und da immer halt wieder mal so eine neue Ausgabe alle paar Monate. Oder teilweise sogar jetzt irgendwie jeden Monat fast. Also wir hatten das Halloween-Special, 900-Adventure, jetzt bald kommt Winterjam und so weiter und so fort. Also da ist einiges los. Aber die letzte Miniserie war damals noch Scrapnik Island und die ist inzwischen auch schon ein gutes Jahr her. Also höchste Zeit, dass da was Neues kommt. Und dieses Neue ist tatsächlich eine Fang-The-Hunter-Miniserie. Also die lehnt so auch ein bisschen in Richtung Sonic Superstars an, gehe ich mal davon aus. Fang-The-Hunter ist ja ein Charakter, der jetzt einfach durch Sonic Superstars so ein bisschen wiederbelebt worden ist für die Sonic-Franchise. Wo jetzt sehr starker Fokus auch auf diesen Charakter drauf liegt. Und da ist jetzt, wie gesagt, eine weitere Miniserie auf dem Weg. Voraussichtlich wieder vier Teile, kann man davon ausgehen. Und der Start von dieser Miniserie ist im Jänner 2024. Entschuldigung, Januar 2024 natürlich. Danke. Ja. Also dauert noch ein paar Monate, bis es dann soweit ist. Aber es soll dann Richtung Januar dann rauskommen. Und dann kann man damit rechnen, dass die Teile einfach jeweils im Monatsrhythmus erscheinen. Und ja, was die Story davon angeht, es geht um den legendären achten Chaos Emerald. Und da ist tatsächlich so mein Gedanke, es geht vielleicht in Richtung einer Sonic-The-Fighters-Adaption. Weil zusammen mit Fang sind auch Bean, the Dynamite und Bark, the Polarbear mit dabei. Also Fang hat seine ganze Gang im Grunde wieder mit dabei. Und die jagen jetzt alle zusammen eben nach diesen achten Chaos Emerald. Und in der ersten Ausgabe werden sie da auch auf Sonic treffen und versuchen von ihm irgendwelche Informationen dazu rauszukriegen. Also könnte eine ziemlich interessante Ausgabe werden. Und auf jeden Fall eine ziemlich interessante Miniserie, weil es wirklich in Richtung, wow. Es gibt theoretisch einen achten Chaos Emerald. Das war damals in Sonic-The-Fighters auch ein bisschen weird. Das sind die nicht erklärt worden, aber es war damals der Fall. Und diese Miniserie will darauf wirklich eingehen. Und das finde ich eine echt nette und clevere Idee. Und ja, geschrieben wird die Miniserie von Ian Flynn. Und gezeichnet von Mauro von Senka. Und wir haben auch dann drei Cover schon erhalten. Eben von dieser ersten Ausgabe. Nämlich Cover A, Cover B und Retail Incentive Cover. Müssten schon alle drei sein. Außer es kommen da noch vielleicht ein paar Online-Exclusive-Covers eben zum Start dieser Miniserie. Ach ja, im Cover A haben wir einfach mal Fang, Bark und Bean gemeinsam in dem coolen Artwork. Im Hintergrund eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Chaos Emeralds. Und in der Mitte noch scheinbar ein weiterer Chaos Emerald. Allerdings im alten Design, wie man es aus den Classics kennt. Keine Ahnung. Noch sehr mysteriös. Ist das wirklich das alte Design oder ist das einfach der Emerald von oben? Könnte auch sein. Das könnte auch der Emerald von oben sein. So habe ich das in den alten Spielen in Sonic 1 besonders immer gesehen. Dass wir den Emerald einfach von oben sehen, was sinnvoll ist, wenn man die Special Stages anguckt. Ja, ganz ehrlich. Ja. Könnte auch gut sein. Aber ich weiß nicht, wie es ist. Also das ist jetzt nur so immer meine Observation eigentlich gewesen. Aber ja, gezeichnet wird dieses Cover eh von Aaron Hammerstrom, der auch schon sehr, sehr viel mit IDW gemacht hat und immer wieder mal ein sehr cooles Artwork und coole Cover rausbringt. Und ja, dann springen wir weiter zu Cover Nummer B. Das beste Cover übrigens. Ja, ist auch tatsächlich so eine Sonic the Fighters Anspielung. Also es scheint wirklich mit dieser Miniserie stark in die Richtung von diesem Spiel zu gehen. Gezeichnet von Mark Hughes und da sieht man einfach auch Fang, Mark und Bean in wirklich sehr charmant gezeichneten Artworks, die so ein bisschen auch auf die klassischen Teile so ein bisschen darauf andeuten, einfach auf den Zeichenstil von den alten Klassikern. Und natürlich einen Character Select hat man dann auch nochmal unten mit Sonic Tales, Fang, Bean, Mark und Knuckles noch dazu. Leider nicht die ganze Riege aus Sonic the Fighters. Da sind noch ein paar Charaktere, die da auch vorgekommen sind. Aber wer weiß, vielleicht laufen die da auf, laufen diese Miniserie auf. Hatten wir in den Archie Comics tatsächlich auch. Mhm. Also da hatten wir quasi die ganzen Sonic the Fighters Charaktere in der Shattered World Saga hatten wir drin. Ich glaube, ja. Christian Tice? Ja. Ich glaube nur Fang hieß dann Neck, oder? Oh, ich weiß es leider nicht mehr. Ich glaube, er hat in den Archie Comics auch Christian Tice Fang geheißen. Ich bin mir nicht mehr sicher, es ist so lange her. Ja, aber rede mal weiter, denn ich hab die ja alle digital, ich kann ja einfach nachgucken. Oh ja, schau mal rein. Das war damals dieser Battle Tournament Arc, Champions Arc, glaube ich. Ich glaube Champions, vier Teile hat er geheißen. Naja, das, was ich meinte mit Fang, Knuckles und Bean war Sonic Universe. Oh, natürlich. Der Knuckles, die Knuckles Saga. Genau, ja, da war sie auch mit dabei. Aber es hat ja da in der Shattered World Crisis eben von Archie auch so ein bisschen, so ein bisschen eine sehr entfernte Sonic the Fighters Anaktion gegeben. Wo einfach auch ein Turnier ausgetragen worden ist für ein Chaos Emerald. Übrigens, großartiger Vierteiler. Immer noch einer meiner absoluten Archie-Favoriten. Definitiv, ja. Den hab ich ja sogar noch gelesen. Mhm. Aber ja, das wäre, wie gesagt, dann Cover B. Und wir haben dann noch das Retail Incentive Cover von dieser Miniserie. Und dieses wird auch gezeichnet von Morrow von Senka, der jetzt eben, wie gesagt, auch die Hauptausgaben selbst macht. Oder zumindest von der ersten Ausgabe. Und in diesem Artwork sehen wir auch im Grunde eine kleine Verfolgungsjagd mit Fang und Bean und Bug, wie sie auf der Marvelous Queen, glaube ich, heißt sie, das Gefährt von Fang. Wie sie da einfach unterwegs sind. Knuckles hat sich irgendwie nach unten angehängt. Das hab ich tatsächlich jetzt erst bemerkt in diesem Moment, wo ich genau hingeschaut hab. Und verfolgt werden sie auch natürlich von Sonic & Tails im Hintergrund. Und ein sehr charmant gezeichnetes Artwork auch. Wie gesagt, ein bisschen klassisch angehaucht mit diesen altbekannten klassischen Designs. Sehr toll gelungen. Und wir haben da drei wirklich echt coole Cover. Und ich möchte jetzt einmal kurz diesen Moment nutzen und den genießen. Weil ich glaube, das ist mitunter das erste Mal, dass ich in einer Comic-Frage recht hatte. Echt? Er ist echt Neck genannt worden? Wow. Denn das Team-Hooligan aus den Sonic-Universe-Comics bestand aus Bark, Neck und Bean. Uh, okay. Okay. Aha. Da muss ich jetzt meine Niederlage eingestehen. Ich hätte schwören können. Er ist in Archie auch schon Fang genannt worden. Aber no. Also, granted, ich sehe hier gerade das erste Panel noch. Da steht, Neck the Weasel, Fanged Sniper. Ja, sie haben zwar immer wieder ein bisschen hin und her gesprungen. Aber scheinbar ist der Hauptnobel damals noch Neck gewesen. Und sein Gefährt, das ist übrigens auf derselben Seite, ist tatsächlich The Marvelous Queen. Neck's Bike, Don't Touch. Mhm. Nee, das ist, äh, also ich hatte halt so eine Ahnung, weil ich diese, äh, die Reihe mit, äh, also die Sonic-Universe-Miniserien mit, äh, Knuckles und Shadow, die, äh, im Rahmen der Shattered World Crisis passiert sind, die fand ich halt unfassbar gut. Ja. Ja, deswegen, äh, da, die hab ich auch mehrfach gelesen und sowas und in meinem Kopf war das so, nee, da hieß doch Neck, weil der Name Fang kam dieses Jahr so neu und komisch vor. Mhm, okay, wow. Kann ich wenigstens einmal in meinem Leben Recht haben gegenüber dir, was die Comics angeht? Ja, da musste ich eine B so fressen. Das war wirklich, hab ich mich nicht mehr richtig erinnert. Aber ja, das sind im Prinzip schon noch so News, oder? Ja, also wie gesagt, ich freu mich auf die Miniserie. Find's cool, dass wir wieder ein Vierteil haben, auch im Klänge. Haben wir schon einen Release-Termin? Äh, wie gesagt, Jänner 2000. Ach stimmt, das war ja die Sache, wo du Jänner gesagt hast. Ja, jetzt wieder übrigens, ha. Ah ja, bin gespannt drauf. Find's cool, dass wir jetzt wieder eine Classic-Reihe-Miniserie haben, einfach mit den ganzen Classic-Charakteren. Das 30th Anniversary-Special ist ja auch schon wieder eine gute Weile her. Ich glaub, das war das letzte Mal, dass wir... Ja, ist ja nicht so, als hätten wir noch ein Tails-Special gehabt und ein Amy-Special gehabt und ein Knuckles-Special. Oh! Ja, okay, stimmt, die waren auch noch. Sowas ist ja alles nicht passiert, also... ...bleiben wir so, dass es nur das 30th Anniversary-Special war. Das war das letzte richtig große Special mit mehreren Charakteren und so. Ah, Sonic Mega Drive Over Drive. Ah, das war so schön. Wir haben nie den dritten Teil bekommen, weil das mit in die Archie-Einstellung gefallen ist. Sehr traurig. Naja, dafür werden wir jetzt mit Classic-Sonic überall sonst zugeschissen. Also, naja. Oh mein Gott, das klang jetzt negativer, als ich's gemeint habe. So negativ war das echt nicht gemeint. Naja, es ist ja eigentlich toll, weil auch das Classic-Universum von der Franchise ist sehr charmant und einfach toll, dass da ein paar Geschichten drüber erzählt werden. There are no plans to bring back Classic-Sonic after Sonic Generations. Ja, das hat sich mal sehr schnell gemacht. Das ist ja wirklich extrem schlecht gealtert. Holy shit. Ja. Eindeutig. Ah, nee. Ist cool, weil, wie gesagt, gerade Charaktere wie Neck, Bean und Bark, die dürfen ja unter Anführungszeichen im Modern-Universum der IDW-Comics aktuell nicht vorkommen. Auch wenn Ian Flynn nach wie vor versucht, sie irgendwie reinzubringen, glaube ich. Aber Sega steht da ein bisschen auf Stur. Dementsprechend ist es zumindest cool, dass da einfach ein Klassiker-Universum ein bisschen parallel läuft und diese Charaktere da noch mitmischen können. Gerade Bean ist einer meiner absoluten liebsten Sonic-Comic-Charaktere. Und alleine deshalb freue ich mich sehr auf diese Fang der Hunter-Miniserie. So, und jetzt schließen wir dann den News-Rückblick ab und kommen zum wesentlichen Teil dieser Folge. Oh ja, jetzt geht's los. Nämlich, jetzt geht's los mit Sonic Superstars. Wir werden, also das so als Warnung vorweg, wir werden kein Blatt vor den Mund nehmen, was Spoiler angeht. Das heißt, das Spiel ist relativ kurz, so, keine Ahnung, den einen Playthrough hat man nach fünf Stunden durch. Circa, ganz grob. Und das Spiel ist jetzt halt für die meisten dann schon eine Woche draußen, wenn ihr diesen Podcast hört. Das heißt, wir rechnen jetzt damit, dass für euch Spoiler okay sind und falls nicht, dann jetzt abschalten und später zurückkommen. Dann machen wir uns jetzt vor, das ganze Spiel ist eh schon im Internet. Ja, eben. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass die Geheimnisse wohl gehütet sind, nach wie vor. Und ja, deswegen, David hat letzte Woche schon seine First Impressions auch Spoiler freigegeben, so wie wir das damals bei Frontiers auch gehandelt haben. Deswegen tauchen wir jetzt ein, wirklich in Spoiler. Ja. Und, boy, wo fangen wir an? Du hast ja viele Ersteindrücke gegeben. Ich würde auch nochmal das natürlich kurz umreißen. Ja, heraus. Erstmal, das Gameplay funktioniert in den meisten Fällen wirklich gut. Was mir da aufgefallen ist, also wie gesagt, es fühlt sich sehr wie die klassischen Spiele an und das finde ich grundsätzlich toll. Aber ich finde, der Spin Dash ist irgendwie sehr langsam, beziehungsweise braucht deutlich länger und man muss deutlich häufiger drücken, um ihn aufzuladen, um halt Fullspeed zu gehen. So kommt es mir vor. Wirklich ein bisschen leicht genervt im Vergleich zu früher, das stimmt. Ja. Ist mir auch ein bisschen aufgefallen. Du hast es letzte Woche auch schon gesagt, Nuggets klettern ist sehr langsam. Sehr langsam, ja. Gerade wenn man Trip im Vergleich sieht, mit was für einer Leichtigkeit sie sich da hochrollt und dann auch quasi noch so einen kleinen Boost kriegt, so an der Kante, finde ich sehr schade, dass die Nuggets da nicht noch ein bisschen angepasst haben. Ja. Tails' Flug ist mir aufgefallen, haben sie angepasst? Oh, okay. Und das ist mir halt nur so aufgefallen. Das ist jetzt nicht groß negativ, weil er hat trotzdem eine unheimlich weite Flugweite. Ja. Dann, ja, Amy hat den Doppelsprung, über den haben wir auch schon gesprochen, über den habe ich ja bei der Gamescom schon gesprochen. Genau, ja. Den finde ich sehr gut. Ja, finde ich auch cool, dass Amy damit einfach so ein bisschen noch eine zusätzliche Eigenheit im Vergleich zu den restlichen drei Charakteren bekommen hat. Ich merke halt nur irgendwie jetzt, und das ist kein großer Kritikpunkt, sondern einfach, wenn ich Sonic spiele, merke ich, es fehlt was. So, der Dropdash gibt einfach nicht die Vorteile, die dir das Gleiten, das Fliegen, der Doppelsprung oder die Fähigkeit von Trip geben. Ja, könnte man behaupten. Allerdings, jedes Mal, wenn ich mit einem der anderen Charaktere spiele, vermisse ich den Dropdash dann allerdings auch sehr stark. Das hat sich inzwischen so hart bei mir eingebürgert, dass der Dropdash einfach so praktisch ist, um von 0 auf 100 wieder loszurollen. Das ist einfach mit anderen Charakteren dann am Anfang zu vermissen. Aber wie gesagt, mir ist es halt durchaus aufgefallen, dass irgendwie der Dropdash einem nicht das gibt. Und das war bei Sonic Origins nicht der Fall, muss ich dazu sagen, weil Amy da keinen Doppelsprung hatte. Jetzt hat sie aber den Doppelsprung und ich denke mir so, okay, das ist jetzt aber was, was eigentlich, so jetzt hat jeder Charakter irgendwas, was ihn besser macht als Sonic. Okay, abgesehen davon, Knuckles hat nicht so die Sprunghöhe beispielsweise. Ja, das sind halt so diese Kleinigkeiten, aber ich merke, dass ich einfach deutlich weniger gerne als Sonic spiele, als mit den anderen Charakteren. Dadurch, dass die halt Gameplay-technisch mehr Vorteile für mich persönlich bieten. Das mag auch eine Einschätzung, die einfach nur auf mich zutrifft sein. Aber ja, das Gameplay trotzdem, es funktioniert gut. Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass die Sonic irgendwas anderes geben. Das Problem einfach ist auch, es gibt im Spiel im Vergleich zu sowas wie Sonic 3 & Knuckles oder auch Sonic Mania, keine Elementarschilde, wo Sonic noch ein paar Vorteile aus diesen Schilden eben bekommen hätte. Stimmt, das ist ja auch noch eine Sache. Ja, wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum sich Sonic da jetzt irgendwie anfühlt, als wäre er unter Anführungszeichen die schlechteste von den verfügbaren Varianten. Einfach, weil man jetzt die ganzen Fähigkeiten der Elementarschilde nicht hat, die Sonic damals exklusiv eben hatte. Naja, die hatte er nicht exklusiv. Also klar, die, die, das, die, ich sage mal, Homing Attack zum Beispiel vom Feuerschild, der Doppelsprung beim, beim, beim... Jetzt meine ich, ja. Also ich meine jetzt speziell nicht das, ja, ja. Aber war das mit dem Dropdash nicht sowieso weg oder hat, ist das durch, ist der Dropdash dann weggefallen, wenn man die Elementarschilde hatte? Ich glaube, da ist der Dropdash weggefallen, ja. Okay, ja, da war ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Wenn ich mich jetzt nicht stark täusche, aber ich glaube schon, ja. Nee, doch, ich glaube, du hast, ich glaube, du hast recht. Ist nur eine Weile her, deswegen war ich nicht mehr 100 pro sicher. Aber ja, okay, das kann man natürlich, äh, warum sind die nicht drin? Seien wir mal ganz ehrlich, warum sind die Elementarschilde nicht drin? Es gibt einen Magneten, der haltlos overpowered ist übrigens, möchte ich mal kurz erwähnen. Also der zieht halt, der zieht aus dem fast kompletten Bildschirm die Ringe an. Ja, der ist schon relativ stark, aber es ist gleichzeitig kein Schild, also... Ja, das stimmt. Und es ist halt, es fühlt sich irgendwie an wie ein Elektroschild mit einer höheren Reichweite, aber ohne die tollen Vorteile, die ein Elektroschild sonst braucht, wie Doppelsprung und eben die Schutzmechanik. Ähm, und ja, so grundsätzlich über das Gameplay brauchen wir halt nicht viele Worte verlieren, weil es ist Classic Sonic Gameplay, es funktioniert gut, es wurde auch sehr gut umgesetzt, anders als in jetzt anderen Spielen wie beispielsweise Sonic 4 oder Sonic Forces. Die Unterschiede sind Tag und Nacht, ja. Ja, wirklich. Ähm, und ja, das Gameplay funktioniert, das ist tipptopp dagegen, kann ich gar nichts sagen. Mhm. Äh, dann kommen wir mal zum Level-Design und da fängt das, fängt die Fassade für mich schon so ein bisschen an zu bröckeln, weil grundsätzlich das Level-Design finde ich, finde ich toll. Also, man hat sich wirklich bemüht, alternative Pfade umzusetzen, so oft es geht. Ja, das war meine Sorge eben im Weiterverlauf des Spiels, dass die Level einfach immer enger und restriktiver werden, um eben einen Schwierigkeitsanstieg zu, zu einem Schwierigkeitsanstieg zu führen. Allerdings eben jetzt im Austausch mit der Freiheit, die man normalerweise eben in diesem Gameplay hat mit dem Level-Design, aber das denke ich nicht, dass das passiert ist in Sonic Superstars und das finde ich echt toll. Ich mag auch die meisten der Gimmicks, die sie so eingebaut haben. Also, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Sky Temple angucke, halt so ein, ich weiß gar nicht, was für ein Spiel das gewesen ist. Oh, Breakout, ja. Ja, oder halt auch einfach mal eine Fantasy-Zone-Gameplay-Anspielung. Über die Sinnhaftigkeit streiten wir jetzt mal, aber mhm. Das war nett. Ja, aber ich mag das, was sie an den Levels dann auch an uniken Gimmicks, die halt auf die Zone zugeschnitten sind, reingebaut haben, außer eines und oh mein Gott, Press Factory Akt 2 darf bitte sterben. Yay, wir machen jetzt einfach einen Zendopolis-Counter, allerdings mit Instakill-Mechanik, wenn die Zeit vorbei ist. Und was auch in Press Factory gewesen ist, super tightes Platforming, was mir an sich nicht schlecht gefällt, aber diese sich drehenden Bälle, an denen man sich dann hochschießen muss und sowas, die haben, bin ich zumindest der Ansicht, anders funktioniert als in Mania, weil in Mania hast du deinen Stick einfach die ganze Zeit gedreht, um so dich zu positionieren, wie du es brauchtest. Jetzt musst du den Stick in eine bestimmte Richtung halten und dann positioniert sich Sonic automatisch so, dass diese Richtung zutrifft. Aha, keine Ahnung. Ich hab's nicht nochmal nachgetestet, das wollte ich eigentlich vor diesem Review machen, aber dadurch, dass ich da überhaupt nicht mit klargekommen bin für meinen ersten Playthrough, aber Mania vor kurzem gespielt hat, wo ich gar keine Probleme damit hatte, gehe ich schon stark davon aus, dass sie das geändert haben. Ja, ich bin mir echt absolut nicht sicher. In meinem Fall war es wirklich so, dass Muscle Memory bei diesen Sphären einfach gekickt hat in Sonic Superstars und die für mich dann absolut kein Problem waren zu navigieren. Bei mir halt gar nicht, das ist so das, was mich wundert. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach daran liegt, dass ich die Mechanik sehr schnell einfach ansicht durchgeschaut hab, oder weil es jetzt 1 zu 1 aus Sonic Media schon war, kann ich nicht 100% sagen, aber ich hab mit denen tatsächlich keine großen Probleme gehabt, ja. Ja, wie gesagt, im ersten Playthrough hören, jetzt weiß ich, wie sie funktionieren, so jetzt ist das für mich fein, aber beim ersten Playthrough war das nicht so fein und dadurch bin ich auch sehr oft da gestorben. Wie gesagt, in dieser Zone hat man ja mit den Dingern ein ziemlich heftiges Time-Limit. Ja, ähm, ja und wie gesagt, so grundsätzlich über das Level-Design kann ich auch nicht viel meckern, also das grundsätzliche Level-Design, weil ich mochte eigentlich alle Gimmicks, die sie so drin hatten, mochte ich sehr gerne. Stand-out, sorry, ein Stand-out-Gimmick auch, die letzte Zone, die ist sofort clever. Aber da komme ich später noch zu tatsächlich, also die letzte Zone würde ich ein bisschen gesondert betrachten, weil, naja, das ist schon sehr speziell und da würde ich ein bisschen weiter ausholen wollen. Okay, ja. Was mir allerdings richtig auf die Nerven gegangen sind, ist alles, was so an Crushern da ist. Es ist so oft passiert, dass ich nicht gecrushed wurde, sondern ich war dann halt am rechten Rand, das Ding crushed nach unten und sobald irgendwie, und ich habe nicht mal Richtung gedrückt oder sowas, aber sobald dann irgendwie der Spalt frei war, wo man langlaufen würde und ich stand ganz rechts, war ich tot. Und das ist mir wesentlich häufiger passiert, als ich es gerne zugeben möchte. Also die 8-Box ist, glaube ich, eine kleine Zehenspitze. Das ist mir auch ein paar Menschen passiert, ja. Und das ist kacke. Ich hasse das. Und das ist in Classic, in Sonic Origins ist das genauso ein Problem gewesen und in Sonic Media auch. Und wieso kriegen sie das nicht hin? So, ich stehe doch nur am Rand und das Ding fällt runter und ich drücke nichts, aber sterbe dann einfach. Ach, ah ja, das ist ein Problem. Wie gesagt, Crusher in Sonic Gameplay, also Classic Sonic Gameplay vor allem, keine Ahnung. David, mach mal dein Handy bitte aus. Oh, sorry. Das war sehr laut. Und das Enemy Placement ist an sich okay, aber in Teilen habe ich mich wirklich an Sonic 2 zurückversetzt gefühlt, was so ziemlich eines der schlimmsten Enemy Placements in der Classic Reihe hat. Teilsteil, ja. Ja, also es ist nicht das ganze Spiel über, das schon mal als Positives, aber es gibt so den einen oder anderen Act. Ich habe da gerade Sky Temple Akt 1, es gab ja nur einen Akt, Sky Temple im Kopf, wo es mir wirklich auf die Nerven gegangen ist, wie einige Gegner da platziert waren. Speed Jungle Akt 2. Ja? Absolut grauenvoll. Oh ja, die Dunkelheitspassagen. Besonders, wenn man mit Trip spielt. Ja, und die Dunkelheitspassagen auch, wo man eh von vornherein nicht gar so weit nach vorne sieht. Und das sind halt so, da sind ein paar Acts einfach im Spiel, wo das Enemy Placement furchtbar ist. Ja. Ist leider einfach so. Es passiert nicht so hart konsistent für mich, dass es jetzt ein riesiger Kritikpunkt wäre. Da habe ich aus Sonic State Shop 2 weiter schlimmere Erfahrungen und auch ein paar aus Sonic Ja, ja, das stimmt. Aber ich möchte es trotzdem als Kritikpunkt gerne anmerken. Es passiert. Das kann ich auf jeden Fall auch unterstreichen. Also manchmal rett man einfach nach vorne und rettet den Gegner rein, den man fast gar nicht kommen hat sehen. Ein Standout-Level-Gimmick, was ich übrigens noch anmerken möchte, ist auch Press Factory Akt 1. Ah ja, großartig. Also das habe ich echt geliebt, wie man damit auch gespielt, oder wie man damit spielen konnte, weil für die, die das jetzt noch nicht gespielt haben, im Hintergrund sieht man halt so eine gigantische Presse und immer wenn die runterfällt, fliegt man selbst plus einige Objekte nach oben. Genau, ja. Und das fand ich echt cool gemacht. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, das Level. Der war clever, weil einfach der Hintergrund von dem Level hat irgendwie auch das Level selbst einfach eine Auswirkung gehabt und das hat man in dem Spiel sehr selten, was ich schade finde, weil es einfach eine echt clevere Idee ist. Und das war einfach wirklich ein Standout-Act, was das angeht, weil sie es auch wirklich einfach eine echt clevere Idee gehabt haben und die im Level-Design wirklich gut umgesetzt haben. Ist auch einer meiner Lieblings-Acts im ganzen Spiel tatsächlich. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zum Elefanten im Raum, nämlich die Egg Fortress Zone, genau. Nicht zu verwechseln mit Final Fortress, weil das war scheiße. Ja. So, Egg Fortress, wie gesagt, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil wir müssen erstmal Akt 1 betrachten. Ah, stimmt. Wo wir basically das Level einfach durchspielen und uns noch nichts weiter bei denken. Genau, es ist echt etwas kniffligeres Finallevel, sehr viele gefährliche Gegner, enge Gänge, sehr viele vollen, also das volle Programm halt. Nichts, was jetzt Standout ist in dieser Franchise, aber halt ein bisschen ein kniffligeres Finallevel einfach. Aber da sind mir schon so ein paar Sachen aufgefallen. Da sind dann Bodenplatten, die erscheinen und das ist teilweise einfach abstrus langsam. Wo ich dann dasteine, oh mein Gott, warum ist das so langsam? Ich bin jetzt zweimal gestorben, einfach nur, weil das zu langsam ist und ich zu ungeduldig bin. Ja, das passiert. Da muss es geduldig sein. Hab mich da super, super drüber geärgert teilweise. Wer im Stream dabei war, wird das auch gesehen haben. Mhm. Und dann kommst du halt ans Ende vom Act. Ich war dann erstmal so, okay, kein Bosskampf. Hm, naja, was soll's. Ja. Und dann ist da aber Eggman, beziehungsweise einer von Eggmans Robotern, wenn man als Trip spielt und hat da einfach eine Zeitreisemaschine oder eine Reverse-Zeitmaschine, whatever. Ja. Womit die ganze Zone, der ganze zweite Act, basically, wir laufen das Level rückwärts ab, während alle Level-Gimmicks, alles, was sich da in irgendeiner Form bewegt hat oder sowas, wird wieder zum Ursprungszustand zurückversetzt. Mhm. Und erstmal der Soundtrack, um den schon mal vorwegzugreifen, ich hab so Megaman-Vibes davon, oh mein Gott. Ja? Sehr guter Soundtrack auch in der Saison, Act 1 und Act 2. Nee, und dann spielst du dieses Level rückwärts und plötzlich war so in meinem Kopf so, oh mein Gott, deswegen war das da und da so langsam. Deswegen sind die Sachen so designt. Nein, deswegen fliegt da irgendwie so viel Shit einfach die ganze Zeit runter und ja, also ich hab erst in Act 2 gemerkt, wie geil eigentlich Act 1 gestaltet ist. Ja. Es ist echt... Weil du spielst halt das ganze Level einfach rückwärts. Das ist so eine ultimativ kreative Idee. Ja. Ich liebe das. Die Sektionen, wo die Plattformen einfach langsam raufgekommen sind und man hat einfach entlang gehen können, die Sektionen sind in Act 2 dann um einiges schwieriger, weil die Plattformen verschwinden plötzlich hinter einem, weil sie einfach in den Originalzustand wieder zurückgekommen. Und das ist einfach sehr clever, ein Level zu gestalten. Natürlich, man kann jetzt sagen, okay, sie haben jetzt einfach irgendwie Act 1 nochmal rehashed, dass man den jetzt zurücklaufen muss und einfach alles nochmal machen muss. Ja, das wäre billig gewesen. Und das hätte ich denen auch absolut zugetraut. Es fühlt sich einfach nicht so an, weil das Time-Gimmick einfach spaßig genug ist, um dem Act nochmal so eine richtig nette eigene Identität zu geben. Ja, das ist wirklich... Das Einzige, was ein bisschen nervt, diese ganzen Low-Gravity-Areale, durch die man durchfliegen muss, werden jetzt durch das Time-Gimmick nicht wirklich irgendwie beeinflusst. Zudem muss ich aber noch eins sagen, tatsächlich, jetzt wo du sie sowieso schon ansprichst, wenn du da mal auf dem Boden oder der Decke landest, hält sich der Charakter da fest und das ist furchtbar, weil du springst dann halt ab und in den meisten Fällen direkt in einen Laser rein. Ja, weil der Aufbruch ist um einiges weiter, als wenn man einfach durch die Luft segelt. Und das fand ich ein bisschen eh. Aber die Areale waren sowieso, die waren halt einfach langsam und eh. Ja, und das war nicht meins. Wie gesagt, man muss sich einfach... Ich glaube, es gibt zwei Areale in Act 1 und die beiden muss man dann einfach nochmal rückwärts machen. Ich glaube, es sind drei, aber ich mag mich täuschen. Ja, aber die eben, wie gesagt, die ziehen sich ein bisschen und eben dadurch, dass sie in Act 2 jetzt auch keine großartigen Änderungen bekommen haben, ist es ein bisschen underwhelming, um da nochmal durchzuwissen. Aber das ist auch das einzige Problem, was ich mit der Sohn habe, weil ansonsten die Idee wirklich großartig umgesetzt. Ja, und was ich da noch ein bisschen auch ankreiden würde, klar, man bekommt fünf Ringboxen, aber mit Trip ist die Superform mandatory. Ist die wirklich mandatory? Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob es da noch einen alternativen Weg gibt. Also ich weiß nicht, ob es einen alternativen Weg gibt, aber an der Wand ist eine Zeichnung, wo eine Verwandlung in einen Drachen stattfindet. Und ich habe keinen Alternativweg gefunden und ich habe das Level mittlerweile dreimal gespielt. Okay, ja. Weil, oh Gott, der Final Boss, dazu kommen wir noch. Okay. Und ja, das fand ich ein bisschen doof, dass man da so in die Superform forciert wird, was halt wahrscheinlich einfach eine Absicherung dafür ist, dass man nicht genügend Ringe beim Final Boss hat, um in die Superform zu kommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm, eventuell, ja. Weil man kommt ja aus der Superform nicht ohne weiteres wieder raus. Genau, ja. So, du musst halt sterben oder, ja, Ringe aus. Und die Entwickler haben sich gedacht, hey, der Final Boss ist so schon extrem schwierig und heftig. Da in die Superform wechseln, das wird den ganzen Kopf ruinieren, also geben wir den Spielern das einfach nicht. Ja, übrigens, was ich erwähnen muss, besagten Final Boss mit Trip habe ich noch nicht fertig, weil ich die Zeit, die ich für den jetzt hätte nutzen können, die letzten zwei Tage genutzt habe, um die Switch-Version nochmal durchzuspielen, weil ich zur Switch-Version halt auch noch ein paar Eindrücke geben möchte, die kommen dann später. Genau, ja. Gerade wenn wir so auf den technischen Aspekt des Spiels ein bisschen zu sprechen kommen. Mhm. Und, ja, nur, dass ihr das wisst, also ich habe weder Trips Final Boss gespielt, noch die Final Story, weiß aber, was da, also Trips Final Boss habe ich gespielt, aber nicht beendet bisher. Mhm. Ich weiß aber, was da passiert und kann deswegen da auch eine Einschätzung schon geben, also das ist nur das Einzige, was mir jetzt im Spiel fehlt und natürlich der Battle Mode, den habe ich auch nicht gespielt, weil, äh, nee. Ja, den habe ich dafür gespielt, also da kann ich ein bisschen was dazu sagen. Ja, und im Prinzip am Ende kommt dann der Final Boss mit Sonic und das, das war's mit der, mit der Hauptstory. Ja. Ähm. War auch eine Überraschung, also selbst wenn wir damals schon alle sieben Chaos-Ambles gesammelt haben, es gibt keinen Super-Sonic-Final-Boss, wenn man die reguläre Story einfach normal durchspielt. Und eine Sache, wenn wir, wir sind ja noch beim Level-Design, dann können wir auch direkt mal ein bisschen auf Trip eingehen. Mhm. Aber eine Sache, die mich wirklich gestört hat, weil ich da einfach, ich habe in Pinball Carnival-Act 1, äh, eine knappe halbe Stunde verschwendet, um einen alternativen Pfad zu suchen, wo man nicht die sechste Emerald-Power braucht. Gibt es nicht. Äh, die Emerald-Powers bis zur sechsten sind absolut mandatory für Trips-Storage spätestens ab Pinball-Karneval. Und wie wir gerade auch gesagt haben, die Superform dann spätestens in der Egg Fortress-Zone, in der letzten Zone. Genau. Äh, das wird aber vom Spiel nirgends in irgendeiner Form kommuniziert. Mhm, das ist... Und man schaltet den Playthrough halt frei, nachdem einfach, äh, man die Story durch hat. Mhm. Und da gehe ich dann mit der Erwartung ran, okay, ich konnte da auch noch Chaos Emerald sammeln, so, gar kein Problem. Aber ich bin mit der Erwartung reingegangen, so, ja, ich brauche die ja dann nicht, aber die sind halt einfach verpflichtend. Und das ist schon was anderes als, äh, dann ein True-Final-Boss, wenn du alle Emeralds hast oder sowas, weil du kannst das Spiel ja trotzdem beenden, auch wenn du nicht alle Emeralds hast. Das geht in diesem Fall nicht. Ja. Und das ist einfach ein sehr grober Schnitzer und da würde eigentlich eine Textbox reichen, so, bevor man in den Act reingeht, so, hey, äh, Vorsicht, du hast noch nicht die nötigen, äh, Emerald-Kräfte, um diesen Akt abzuschließen oder sowas. Mhm. Aber nö, gar nicht, so, und ich, ich hab da eine halbe Stunde nach einem alternativen Pfad gesucht und es gibt keinen, und das ist mehrfach, äh, in Trip Story so, aber wenn man das das erste Mal gemacht hat, äh, in Pinball Carnival, gut, dann ist es bei den restlichen auch egal, aber, ja, das, äh, muss ich halt einfach ankreiden, weil das war scheiße, das fand ich nicht toll. Nervig, ja, wie gesagt, der Trip-Durchgang, der trennt sich ja auch die Chaos Emeralds mit dem regulären Story-Durchgang. Ja. Also, wenn man jetzt zurückgeht und im regulären Durchgang einfach bei ein paar Sons noch die Chaos Emeralds sammelt, sollte man die dann alle für Trip auch haben, automatisch, aber, ja, es ist einfach schlecht kommunizieren, das ist einfach das größte Problem, wenn im Vorfeld einfach eine kleine Warnung aufgedacht wäre, von wegen, hey, man braucht diese und jede Chaos Emerald-Kraft, um durch den Act durchzukommen, dann, fein, dann sammelt man die und fertig, aber, dass man mitten im Level dann einfach steht und nicht weiterkommt, weil das einfach absolut nicht in irgendeiner Form vorher erwähnt worden ist, das ist schon ein bisschen mieses Game-Design. und eine Zeitverschwendung. Und wenn wir jetzt schon bei den Emeralds sind, können wir ja kurz mal über die Special Stages sprechen, denke ich. Ja. Die sind, ich finde sie an sich nett, allerdings sind sie halt, die sind halt furchtbar janky. Ja. Und ich weiß, ich sag das in letzter Zeit über viel zu vieles im Sonic-Kontext, so bei Sonic Frontiers habe ich das super oft gesagt und jetzt bei Sonic Superstars sage ich das auch super häufig, ganz einfach, weil vieles einfach sehr janky ist, also so, du kannst halt teilweise nicht predikten, was in irgendeiner Form mit diesem Charakter passiert, weil er teilweise einfach tut, was er will. Ja, kann passieren. Und ja, die Special Stages sind auch jetzt nicht wirklich meine Favoriten. Da gibt es zahlreiche Bessere im Rahmen der gesamten Franchise. Und mein hauptsächliches Problem mit den Special Stages ist einfach, es gibt irgendwie kein wirkliches Gefühl, dass man in diesen Stages besser wird, habe ich das Gefühl. Es ist mehr einfach nur eine Glückssache, dass man jetzt irgendwie genau die richtigen Punkte anvisiert, um sich durch die Gegend zu schwingen. Halt dich gegen. Und dann auch die Versammlung zu erreichen. Also halt dich tatsächlich gegen, weil ich stimme dir soweit zu, dass man nicht wirklich besser wird. Aber man lernt die Zeit, die man hat, effektiver zu nutzen und dann halt auch mal Ringe zu sammeln, wenn man erstmal herausgefunden hat, wie das geht. Ich schätze, ja, natürlich. Und dann funktioniert das. Also ich habe jetzt in meinem Switch-Durchgang, den ich heute durchgespielt habe, sämtliche Special Stages First Try gemacht und das war überhaupt kein Problem für mich. Die sind aber generell auch nicht so unheimlich schwer. Also ich habe halt bei einer gestruggelt, das war die vierte, bei dir war es die fünfte dann entsprechend, wo wir halt mehrere Versuche gebraucht haben. Also mehrere im Sinne von mehr als zwei, sage ich mal. Aber ansonsten finde ich die schon sehr einfach. Ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, und ich glaube nicht, dass das der Fall ist, aber ich habe irgendwie einfach das Gefühl, ich habe die Special Stages noch nicht richtig kapiert, um sie einfach so optimal wie möglich zu spielen. Also was ich als Tipp geben kann für alle, die da vielleicht auch ein bisschen mit struggeln, ja, die goldenen Dinger, wo man sich festhalten kann, die geben jeweils drei Ringe. Die Ballons sind halt so, ja, man schwingt sich dann da lang. Bei den Bomben, mit denen ist man wesentlich schneller unterwegs, weil man auf die Bomben direkt zufliegt. Und wenn man kurz bevor man da ist, einfach den A-Knopf loslässt, dann fliegt man einfach noch ein Stück nach vorne und wird nicht von der Bombe getroffen. Genau, ja. Also die Bomben sind nicht, wie jetzt ein Hindernis, die können auch eine Hilfe sein. Und ja, es ist natürlich manchmal schwierig, die Strecke, die der Emerald fliegt, abzuschätzen, gerade so in Special Stage 5. Aber wenn man sich die Zeit nimmt und wirklich Ringe sammelt am Anfang, dann hat man auch die Zeit, da ein bisschen zu beobachten und einfach die Richtung, wo der Emerald gerade hinfliegt, die zu schneiden. Also wenn er halt nach rechts fliegt, dann musst du halt weiter nach rechts. Klar, ja. Es bringt nicht unheimlich viel, das will ich gar nicht sagen, aber es hilft schon auf Dauer sehr. Und ja, ich finde sie halt nicht so unheimlich schwer. Es hängt davon ab, ob der Autolocker natürlich auch mitspielt, was das angeht. Weil der Autolocker ist in diesem Special Stage auch ein bisschen ein Problem, dass man theoretisch jetzt, es ist einfach ein bisschen Jack, weil man will irgendwie in die Richtung schwingen, aber der Autolocker nimmt einfach den Ballon irgendwo an der Seite ins Visier und man schwingt die dann stattdessen komplett auf die andere Seite von Chaos Emerald. Und es passiert einfach, weil, wie gesagt, man hat keine Möglichkeit, diese Lockerung zu wechseln. Es passiert automatisch, je nachdem, in welcher Position der Charakter gerade ist. Ja. Oder auch teilweise gar nicht und dann fliegst du halt komplett runter, obwohl eigentlich normalerweise er das Ding anvisieren müsste, weil du einen Millimeter daneben bist. Aber der Lockerung ist halt so, nee, das Ding müsste jetzt einen Millimeter weiter vorne sein, weil es ist ja nicht in Sonics Blickfeld. Oh nee, das greife ich jetzt gar nicht. Ja. Habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ah, so oft passiert. Ja, also keine Ahnung. Ich finde die Special Stages nicht jetzt in irgendeiner Form grauenhaft schlecht oder so, aber sie sind einfach irgendwie, ey, sie sind einfach ein bisschen mechanisch einfach ein bisschen langweilig. Es ist ein nettes Gimmick, wenn man so startet, aber wird irgendwie nicht allzu viel damit gemacht, auch für die weiteren Special Stages im Grunde. Das ist ja noch was, was ich auf der Gamescom gesagt habe, so, dass das Konzept halt super nett ist und ich glaube, das kann viel Spaß machen, wenn sie halt, ja, darauf eben aufbauen und das irgendwie über die Stages halt schwerer machen, weiterentwickeln, aber tun sie nicht. Es kommen neue Gimmicks dazu, wie dann irgendwelche Kristallwände oder Bomben und whatever, aber am Ende ist es genau dasselbe, was du in der ersten Stage schon machst. Genau, ja. Ohne wirkliche Weiterentwicklung, ohne dass es halt nennenswert schwerer wird, weil das ist halt so, Sonic Mania hat auch in jeder Stage dasselbe gemacht und hat in jeder Stage dieselben Gimmicks, aber es wurde halt schwerer. Und jetzt wird es nicht schwerer, da sind halt nur mehr Objekte. Ja, keine Ahnung. Also die Special Stages selbst entwickeln sich nicht weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mich bei diesen Stages nicht großartig weiterentwickele, sondern das halt einfach, hey, manchmal komme ich recht gut ran und manchmal fliege ich dem Emerald 10 Stunden lang nach und ich weiß jetzt nicht, was ich beim einen mal falsch mache und beim anderen mal richtig. Keine Ahnung. Die sind einfach ein bisschen weird für mich. Ja, und um den Gameplay-Part dann abzuschließen, lass uns nochmal, also Gameplay haben wir eigentlich schon abgeschlossen, aber ich habe mir jetzt aufgefallen, dass wir Dinge vergessen haben. Lass uns zu den Bossen kommen. Natürlich. Oder sind wir, kleiner Fall, ich glaube, sind wir kurz nochmal die Emerald-Kräfte erwähnen, weil wir jetzt gerade von Special Stages nicht gut erwähnen. Müssen wir, das sind halt Wisps nur anders. Also, sorry, niemand benutzt die Dinger wirklich effektiv, glaube ich, außer vielleicht Speedrunner, weil jeder, der das Spiel spielt, vergisst, dass die Dinger existieren. Das passiert natürlich. Und die meisten sind halt einfach auch komplett useless. Ja. Also, warum sollte ich den scheiß Efeu verwenden, wenn ich mich mit Burst einfach da hochboosten kann in der Luft? Genau, ich habe solche Sachen und die Kräfte sind teilweise auch sehr stark situational einfach, wo du einfach gewisse Areale in den Levels hast, wo du jetzt zum Beispiel die Wasserkraft verwenden kannst, in Lagoon City zum Beispiel praktisch, aber eben nur da und auch mit der Visionskraft, wo man plötzlich Ringe und Plattformen sehen kann, die einfach im Level platziert sind. Das geht auch nur an gewissen Stellen und die Stellen werden dir dann angezeigt und hey, dann hat man da Plattformen, Ringen, das ist nett, aber nichts, wo man jetzt extra stehen bleiben sollte, außer man sucht jetzt irgendwelche Goodies in den Leveln, aber selbst dann bringen einen die Plattformen meistens ewig genau dahin. Also ja, es ist einfach sehr stark situational und klar, solche Sachen wie Zeitverlaubsammlung kann man hin und wieder mal verwenden, auch in den Level selbst, um einfach bei gewissen Arealen besser durchzukommen. Die Avatar-Kraft, vor allem mit den Bosskämpfen, echt nett, um ein paar extra Hits reinzukriegen. Also die zwei habe ich tatsächlich am meisten verwendet, aber... Ja, den Rest benutzt man halt effektiv nicht. Man benutzt nicht viel. Höchstens noch Burst, einfach um ein bisschen durch die Luft zu fliegen, hin und wieder mal, aber das war es doch größtenteils auch. Die anderen sind einfach zu situational. Ja. Auch die jeweils charakterspezifischen Kräfte, die man dann bekommt, zum Beispiel Sonic bekommt ja, glaube ich, so eine leichte Homing-Attack und Amy kann dann Hammer durch die Gegend schmeißen. Trip bekommt plötzlich Feuerbälle, die sie einfach vor sich hinschießt, so Super Mario-Style. Es sind, sie sind nett... Und Nackers kann schlagen. Genau, Nackers kann schlagen. Es ist alles nett, aber man braucht es theoretisch nicht wirklich, weil die Badniks sind eh alle One-Shot und die meisten lassen sich auch relativ einfach dann erwischen, dass man die Fähigkeiten jetzt nicht zwingend braucht, um da großartig Schaden zu machen. Höchstens vielleicht bei den Bosskämpfen kann es manchmal hilfreich sein, aber selbst bei Evis Hammerwurf kann man mit einem Doppelsprung eh jeden Boss von vornherein so erreichen. Also, keine Ahnung. Die Emerald-Kräfte sind eine nette Ergänzung an sich, aber ich wünsche dir, sie werden teilweise ein bisschen praktischer umgesetzt einfach, dass man einfach mehr angehalten wird, sie zu benutzen. Für mich sind es halt einfach Wisps in nutzlos, weil man sie einfach nicht braucht. Ja. Außer das Spiel forciert dich, sie zu benutzen. Eben, das ist das Ding. Es ist großartig, dass die Emerald-Kräfte optional sind, weil das ist einfach das Nervige auch an den Wisps sind es wieder mal gewesen, dass man gewisse einfach gebraucht hat, um im Level jetzt weiterzukommen. Und dass das in solchen Superstars nicht der Fall ist, war im regulären Durchgang echt schön und wird dann komplett ruiniert von Trips-Durchgang, wenn man sie dann plötzlich drauf braucht, zumindest sehr wenige zwischendurch. Aber an sich gefällt mir die optionale Natur dieser Emerald-Kräfte sehr. Also das ist ein Punkt, den finde ich toll, dass man nicht gezwungen wird, okay, man braucht jetzt für diese und jene Stelle diese und jene Emerald-Kraft, sondern es sind einfach nette, kleine Ergänzungen stellenweise, die einem ein bisschen im Gameplay helfen können, aber halt größtenteils nicht wirklich verwendet werden. Ich sehe es halt anders, also ich wäre glücklicher, wenn sie die Emerald-Kräfte nicht eingeführt hätten. Uh, okay, ja. Also, I don't know, für mich, wie gesagt, es sind halt einfach nur Wisps. Und ich bin von den Wisps-Kräften schon nicht der größte Fan. Das hier mag jetzt ein bisschen besser umgesetzt sein, aber to be honest, ich wäre glücklicher, wären die nicht im Spiel. Okay, ja. Also einfach, weil die bieten mir null spielerischen Mehrwert. Ich finde die allesamt mehr nervig, als dass sie mir Gutes bringen. Ja. Also klar, ja, Avatama im Bosskampf, dann kriegst du halt noch ein paar Hits rein oder sowas, aber warum denn die Bosskämpfe so designen, dass man darüber, dass es überhaupt genötigt wird, das zu machen? Weil einige Bosskämpfe sind echt scheiße designed. Und dazu kommen wir gleich noch. Ja. Also von mir aus, Wisps-Kräfte einfach rausschmeißen, fertig. Ich persönlich bin kein Fan von denen. Okay, ja, ist verständlich. Für mich sind sie größtenteils inoffensiv, ist extra. Und was mich übrigens am meisten ankotzt, ist dieses dämliche W-Rad, was man mit dem rechten Stick oder mit dem R1-Knopf auf dem Xbox-Controller aufrufen kann. Weil da musst du erst mal suchen, wo ist denn jetzt die Emerald-Kraft? Und wenn du in einem Bosskampf bist, ist das echt scheiße. Ja. Und zweiter Punkt, Supersonic ist auf diesem, oder die Superform generell, ist auf diesem Rad. Anstatt es so zu machen wie vorher, du springst und drückst Y, X, whatever, der halt der obere Knopf. Ja, das ist auch ein bisschen der Weg, wenn man die schnell, einfach auf die Schnelle aktivieren will und das nicht kann und dann getroffen wird und alle Ringe sind weg, weil wir einfach nicht schnell genug auf das Rad wechseln können. Das ist mir noch nicht passiert, zum Glück. Also wirklich nicht. Es kann passieren. Ja, also, I don't know. Not a fan. Not a fan. Können gerne weg. Und jetzt kommen wir dann doch mal zum Boss-Design. Also zum Gameplay-Aspekt-Design-technisch, weil die Bosse an sich vom Aussehen her alle, ja, es ist nett, es ist spaßig. Ein paar von denen sind echt cool inszeniert einfach auch. Relativ kreativ auch. Aber der Gameplay-Aspekt. Oh mein Gott. Das sind, glaube ich, aus den Classics-Spielen mitunter die Bosskämpfe, die ich am wenigsten mochte. Ja, das sind auch die Bosskämpfe, die sich absolut nicht wie Classic-Sonic-Bosskämpfe anfühlen. Überhaupt nicht. Und du hast das letzte Woche schon erwähnt, ich greife das jetzt direkt mal zum Start, so über das Gerede über die Bosskämpfe auf. Die Bosskämpfe sind eigentlich warten und dann, wenn du Glück hast, kannst du einen Hit landen. Wenn du nicht schnell genug bist, war's das. Und wieder warten, Hit landen, warten, Hit landen. Und diese Wartezeit ist halt so unheimlich lang bei einigen Bossen. Ein bisschen, ja. Unheimlich schwer, weil, also nicht schwer an sich, sondern es ist halt einfach doof. Ich will in Bosskämpfen bessere Ansätze als Warte und weiche Angriffe aus, bis der Boss ein Opening hat. So, ich will sowas wie in Frontiers, wo ich im Prinzip permanent draufhauen kann, bis der Boss mal angreift und ich mich dann vielleicht verteidigen muss. Aber theoretisch die Option habe, währenddessen weiter draufzuschlagen. Das jetzt mal so als Extrembeispiel genommen. Oder man nimmt es einfach wie in den Classics, dass man die Bosse theoretisch kamen kann, wenn man sich einfach gut manövriert. Ja. Wenn man einfach versucht, okay, man hüpft auf den Boss jetzt drauf und kann, wenn man es klug anstellt, an den Boss noch so ein paar Mal draufbouncen, um einfach mehr Schläge reinzukriegen. Und dass man einfach nicht gezwungen wird, pro Phase nur einen Hit zu machen, weil der Boss dann einfach fünf Sekunden Invincibility-Frames hat, so wie es in Sonic Superstars einfach der Fall ist. Da gefällt mir das Designprinzip von den alten Classic-Bossen, so leicht man die auch cheesen hat können teilweise, doch um einiges besser. Ja, aber um die zu cheesen, musstest du es ja auch können. Ja, eben, ja. Es ist ja im Prinzip, sage ich jetzt gerade, nichts anderes als das, was ich vor zwei Wochen im Sonic Frontiers Final Horizon Review gesagt habe, über Wyvern. Das ist halt einfach, du bist die meiste Zeit mit Warten beschäftigt, mit einer glorifizierten Cutscene, wenn du es so willst, in der du dich halt zufällig bewegen kannst. Das ist, ich hasse so ein Boss-Design, ich mag das einfach nicht. Ja, gerade für ein Sonic-Spiel fühlt sich das auch ein bisschen unpassend an, ja. Und das ist dann im Prinzip so, ja, es gibt Bosse, wie zum Beispiel den Bridge-Island-Zone-Boss, wo das halt relativ fair ist, so da kannst du halt eigentlich, wenn du es richtig machst, kannst du die ganze Zeit draufhüpfen, natürlich mit diesem fünf Sekunden Timeout. Auch der Boss von Press Factory. Factory, genau. Auch einer meiner absoluten Lieblingsbosse im Spiel. Aber dann halte ich halt so den Final-Boss mit Trip dagegen, an dem ich gerade hänge. So, oh mein Gott. So, erst mal sind da die ganze Zeit Instakill-Angriffe und dann bist du eigentlich nur mit Warten beschäftigt. Ja. Und kannst du dann vielleicht angreifen, wenn nicht zufällig das, was du auf ihn zurückschleudern musst, durch die Stage fällt oder sowas. Was übrigens dann dauernd passiert. Natürlich. Der Boss speziell ist auch relativ Jake, habe ich gemerkt. Und das trifft halt leider auch auf andere Bosse zu. Also, die Mini-Bosse kann man relativ gut schießen allesamt. Also, da kann man eigentlich, die kann man zu jedem Zeitpunkt fast alle, glaube ich, angreifen. Die Art-1-Bosse eben. Ja. Nur, dass man halt mit zum Beispiel Sonic nicht so gut an bestimmte Gegner rankommt, wie jetzt beispielsweise mit Amy oder sowas. Aber wenn ich mich an Pinball Carnival zurückerinnere, da soll man ja irgendwie diese komischen vier Clown-Icons berühren, damit er dann verwundbar wird. Du kannst aber, abgesehen von der letzten Phase, einfach die Bumper benutzen, um nach oben zu springen und ihn zu treffen. Genau. Das finde ich auch wirklich echt gutes Design. Ja, das macht halt Spaß. Den Boss zu bekämpfen. Du wirst belohnt dafür, dass du versuchst, ein bisschen zu experimentieren. Und ein bisschen was zu riskieren, weil es ist natürlich gefährlich, wenn man den Boss jetzt irgendwie nicht richtig trifft und stattdessen den Bumper von ihm trifft, dann kann es ja sein, dass man in einen Hindernis dann fliegt, dann auch einfach in einen von diesen Elektroböen, die da unten sind. Und das ist einfach risk and reward, das ich wirklich cool finde in solchen Spielen. Und dann hast du aber zum Beispiel, fängt ja schon mit Speed Jungle an. So, der Boss in Speed Jungle ist halt warten. Ist einfach nur warten die ganze Zeit. Ja. Und zieht sich so, exakt so eigentlich durchs ganze Spiel. So, jeder Boss ist mit so viel warten. Und eines der schlimmsten Beispiele davon leider, weil ich die Zone sehr mochte und eigentlich den Boss von der Idee her auch ganz gerne mag, ist Sand Sanctuary. Oh ja. Aber es ist halt auch Ewigkeiten warten. Eine ewige Wortezeit. Umso mehr, wenn man sich das Gimmick kapiert am Anfang, dass man eben die Bandics, die der Boss schickt, auf ihn zurückschleidern kann. Aber nur die Maulwürfe. Nur die Maulwürfe, ja. Und da muss man sich halt auch erst, da muss man auch erst mal mitkriegen, so, okay, das ist der Schnellste, das Schnellste, was da auf einen zukommt. Das Langsamere sind welche, die dich verletzen, wenn du da springst. Ja. Also auch mit den Mechaniken selbst zieht die Boss manchmal ein bisschen leicht unter sich. Nicht so hart, wie es jetzt noch in Sonic Media teilweise der Fall war. Aber es hat Wasser gegeben, wo ich erst mal unsicher war. Okay, wie mache ich da jetzt schauen? Funktioniert das jetzt eigentlich? Und ohne jetzt den Final-Boss mit einzubeziehen, das allerschlimmste Beispiel für dieses Wait-and-Hit-Gameplay ist der Boss von Golden... Golden was? Golden Capital. Golden Capital, genau. Das ist nämlich ein Fang-Bosskampf, der gleichzeitig ein quasi-Tornado-Bosskampf ist, nur dass man nicht auf dem Tornado steht, sondern auf einer Plattform. Und dieser Bosskampf selbst dauert, I don't know, fünf Minuten oder so, in denen man eigentlich, ja, sechs Hits landet. Ganz ehrlich, fünf Minuten ist noch ein bisschen zu niedrig bemessen, würde ich tatsächlich behaupten, weil man hat ja zwischen den Boss dann auch die Sektionen, wo man dann irgendwie... Ja, aber das ist doch knapp fünf Minuten insgesamt. Ich habe das vorhin ja erst gemacht. Okay, okay. Mit Trip allerdings ein bisschen länger natürlich, weil Trip braucht bei allen Bossen mehr Hits, was natürlich super cool ist, wenn man bei den Bossen eh schon zwischen den Hits andauernd Ewigkeiten warten muss. Ja, sehr cool. Also, lange Kämpfe werden da einfach nochmal um einiges länger gebracht. Also, wirklich, beim Bossdesign haben sie sich selbst und uns als spielenden Personen keinen Gefallen getan. Nee, nicht wirklich. Also, wie gesagt, manche von den Konfrontationen sind recht kreativ umgesetzt, recht toll inszeniert, aber einfach die extreme Länge von manchen dieser Kämpfe, die Tatsache, dass im späteren Spielverlauf einfach ständig Insakill-Sachen hinzukommen, Abgründe, die wegbrechen oder einfach auch Bossangriffe, die dich einfach one-shotten, was man im Vorderrein nicht kommen sieht und dann passiert es und dann sieht man erstmal da, wie gesagt, der Fake-Boss, also der Fake-Final-Boss von Trips Durchgang, holy shit. Den lassen wir nochmal gesondert, weil zu dem habe ich noch Worte. Der ist einfach das Extrembeispiel in dieser Hinsicht, weil jede einzelne Phase von dem hat einfach so viele Instakill-Sachen, die dich einfach jederzeit raushauen und der Kampf dauert an sich schon extrem lange und hey, man hat noch ein, zwei Hits und dann haut er in der Boss wieder raus und man muss alles nochmal machen, weil es gibt zwischen den Phasen keine Checkpoints. Wie viele Phasen hat der? Bitte sag es mir jetzt einfach. Ja, es sind nur die zwei Phasen, also wenn du die zweite Phase und der du... Thank God, die zweite hatte ich nämlich schon fast. Aber, aber, großes, aber er hat nochmal eine Art Desperation-Attack am Ende, die er hin und wieder macht. Wenn man die nicht kommen sieht, sofort... Ist das das, wo er die Plattform zerstört? Ja. Ja, die hatte ich schon. Okay, gut. Aber da hat er mich tatsächlich, glaube ich, nicht getötet, sondern das war erst kurz danach. Ich bin an ihm vorbeigesprungen irgendwie und ich hatte keine Ringe mehr und äh. Aber doch, die konnte ich, die konnte man vorhersehen, fand ich. I don't know, ich bin einfach... Weil er so die Arme hochreißt und man hat ja den normalen Final Boss schon gemacht, der sowas auch schon dauernd gemacht hat. Ja. Deswegen, ich hab den halbwegs kommen sehen, den Angriff. Ich leider nicht, also keine Ahnung, ich bin einfach nur vorne gerannt und der erste Moment war dann, oh mein Gott, was macht er jetzt? Oh mein Gott, ich renne einfach mal und dann bricht er einfach die Plattform weg, rechts und rechts von dir und dann stürzt er einfach nach unten. Und das ist mir passiert. Ah ja, wie gesagt, Feine Boss kommt später. Ich war sehr salty und der ist einfach das Extrembeispiel, was da die Instakill-Angriffe angeht. Aber nicht nur, also es gibt einige Instakill-Bosskämpfe, wo man einfach stetig in Abgründe reinfallen kann, auch schon einiges davor, ab der zweiten Spielhälfte eigentlich, könnte man sagen. Warte, da fällt mir ein, etwas, was ich noch Richtung Level-Design erwähnen muss, weil ich es vorhin vergessen habe. Es gibt Bottomless-Pits und das finde ich gut. Es gibt wieder vernünftig platzierte Bottomless-Pits. Ja, die sind jetzt nicht allzu unfair. Die sind wirklich fair platziert. Also jedes Mal, wenn ich darunter gefallen bin, wusste ich, warum ich darunter gefallen bin. Nämlich einfach, weil ich zu ungeduldig war oder nicht aufgepasst habe oder sonst was. Und das nochmal als großes Plus für das Level-Design auf jeden Fall. Genau, das war auch schon mal anders in dieser Franchise. Ja, Sonic 4. Was? Ja. Ah nee, also die Passkämpfe, die Passkämpfe sind einfach relativ stark hit and miss. Man hat einfach Sachen, wie gesagt, Bridge Island Act 2 Boss oder Press Factory Act 2 Boss, die wirklich recht gut funktionieren, weil sie einfach ständig verwundbar sind. Damit hast du aber auch im Prinzip die einzigen genannt, die gut funktionieren. Ein paar Bosse sind dann noch relativ inoffensiv. Es gibt ja auch gar nicht so viele Bosse. Ich meine, wie viele Bosse haben wir in dem Spiel? Sieben? Nö, eigentlich 11. Also Frozen Base hat keinen Boss. Der Frozen Base Boss ist basically der Weltraum-Shooter-Boss, ganz auf jeden Fall. okay, komm. Ich meine, das ist lächerlich. Du sitzt da und hältst A gedrückt und fliegst mal nach links und rechts oder oben und unten. Das ist halt so ein komischer Doppelboss für alle, die das nicht wissen und man macht eigentlich nichts außer A halten und den Stick ein bisschen bewegen, um auszuweichen. Hast du denn Frozen Base Mini-Boss bekämpft? Also, gemessen an dem Schweigen gehe ich mal von Nyners? Äh, ich muss ja, weil Trip hat alle Level drin. Oh ja, ich erinnere mich nur gerade nicht dran. Ich dachte, also, ich weiß es gerade nicht mehr, was das für einer war, aber ich habe ihn auf jeden Fall bekämpft, weil ich habe ja Trip durchgespielt. Ja, das war das, keine Ahnung, das Vogel, der Vogel-Badnik, der einfach in dieser Eisfilie-Gesong ist. Ja, 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 mit dem habe ich nicht gerechnet. Weil das Ding ist, im originalen Durchgang, in der Regelern-Story kann man ja aussuchen, man macht entweder das Tales-Level oder Akt 1. Und das Tales-Level wird vorgeschlagen als erstes. Ja, und das Tales-Level hat kein Boss am Ende. Und ich, ich war dann halt, äh, so, ähm, in meinem Sonic-Playthrough dachte ich mir so, oh, ich habe noch nicht mehr Tales gespielt, würde ich jetzt mal machen, mache ich mal zuerst das Tales-Level, weil bei Amy zum Beispiel war das so, dass dann einfach, ja, das war halt so, Amy's Akt war so dazwischengeschoben dann und danach kam der normale Akt 2 von Lagoon City. Genauso dasselbe wie bei Knuckles mit Golden Capital, aber bei Tales halt einfach nicht. Ne, Tales war einfach. Und dann bin ich so in Trips, dann bin ich in Trips-Playthrough, komme so zu Frozen Base Akt 1 und war die ganze Zeit so, konnte man auch im Stream gut sehen, so, was ist das für ein Level? Ich habe dieses Level noch nie gesehen, wo bin ich hier? Ja, eben, und dann kommt auch dieser Boss mit den Conveyor-Bells und allem Möglichen und da auch einige Angriffe, wo man dann letztendlich einfach in den Abgrund runterfällt, weil man einfach getroffen wird und dann ein Knockback hat und einfach nach hinten fällt. Aber den muss ich sagen, den fand ich okay. Er war okay, ja. Also wie gesagt, es ist halt ein Mini-Boss-Kampf, aber den fand ich jetzt nicht unheimlich schwer oder komplex zu lösen. Ich meine, er ist aber um einiges kurzweiliger, weil er hat nur die eine Phase und im regulären Durchgang drei Treffer, dann mit Trip sind es, glaube ich, sechs Treffer. Aber der Kampf geht trotz allem relativ schnell aus, wenn man zwischendurch ein bisschen warten muss. So, und jetzt der große Elefant, der Final Boss. Also der, der in Anführungsstrichen Final Boss. Reden wir erstmal über die Sonic-Version davon. Also der riesige Death Egg-Robo. Genau. Schon mal ein bisschen nervig, aber alles gut machbar. Ich war in der zweiten Phase, wo er einem hinterherläuft, war das manchmal ein bisschen nervig, weil er ein paar Angriffe hat, wo ich mir so dachte, tut das jetzt wirklich Not? Aber grundsätzlich war der machbar. Aber erstmal darauf zu kommen, was man tun muss, weil im Endeffekt ist es so ein bisschen wie der Egg Golem in Sonic Adventure 2. Er steht halt irgendwie so in der Mitte des Raumes und man selbst läuft nur die ganze Zeit außen rum und er schießt dann Raketen auf einen und man muss hinter ihn kommen, damit man die zurückschleudern kann. Genau, ja. Oder was ich auch mitgekriegt habe, das hat mir T-Ref gesagt, man kann zwei Raketen in der ersten Phase gleichzeitig zurückwerfen und die zweite trifft ihn dann. Oh, wow. Nett. Aber das geht nur in der ersten Phase, weil nur Don wirft er eben zwei Raketen pro Raketensalme. Okay. Nee, aber so, es ist jetzt ein Design-Pattern, worüber man streiten kann. Es hat wieder viel Warten und sowas. Ich weiß gar nicht, was der sonst noch an Angriffen hatte. Ich weiß nur, dass ich halt sehr genervt davon war. Die Energiewand, wo man zwischendurch springen muss. Ach so, ja. Okay, die ist halt billig, aber eine schöne Zeit. Es ist nicht schwer, davon nicht getroffen zu werden. Ja, und dann hat er noch den Angriff, wo er den Boden hinter dir wegbrechen lässt und dann die ganzen Elektro-Bälle vom Himmel fliegen, von der Decke. So, und klar. Da auch die Form, die er dann in der zweiten Phase von der ersten Phase macht. Das klingt irgendwie komisch, aber es ist so. Also im weiteren Verlauf von der ersten Phase macht, wo er dann plötzlich an beiden Seiten nach unten schlägt und dann einfach die eine Plattform in die Höhe springt und man schnell von dieser Plattform auf die untere Plattform springen muss, um nicht ganz runterzufallen. Der hat mich auch auf den falschen Fuß, habe ich beim ersten Mal. Ich erinnere mich da tatsächlich nicht dran. Aber ja, grundsätzlich, wie gesagt, man kann drüber streiten, es ist halt wieder viel Warterei, aber ist ein okayer Boss und ich fand den Kampf auch fair. Es war relativ okay. Phase 2 ist dann halt die Chase-Sektion, die wir vom Defekt-Robo aus Sonic 3 Knuckles kennen. Genau, ja. Größte und da ist mit halt ein paar Zusatzsachen, die er da macht. Ja. Und man muss sich nicht am Kopf treffen und nicht jetzt irgendwie unten beim Master Emerald oder wo halt damals der Master Emerald war, sondern es ist wirklich, sobald der Kopf tief genug unten ist, kann man ihn dann da in der Grunde bronken. Aber ja, wie gesagt, grundsätzlich halt ein fairer Kampf. Ziemlich. Also er ist schon eine ordentliche Difficulty-Spike. Ja, aber er weil er schwer ist, heißt das ja nicht, dass er unfair ist. Ja, das stimmt allerdings. Aber ich kann auch verstehen, von wegen, wow, das ist jetzt plötzlich ein sehr heftiger Kampf nochmal am Ende. Aber das möchte ich hier auch nochmal sagen. Viele sagen halt so, dass schon dieser Boss sehr, sehr unfair ist. Aber da halte ich absolut gegen, weil ich finde den sehr fair. Er ist halt deutlich schwerer, aber das macht ihn halt nicht unfair. Will ich auch richtig nicht behaupten, dass der Boss richtig nicht fair ist. Bis auf ein paar kleine Sachen, die man nicht kommen sieht. Und dasselbe sage ich über den Final-Boss von Trip. Über Fail. Ich finde den Bosskampf, also da kämpft man dann gegen Fang. Und das ist eigentlich auch der einzige Bosskampf, der wirklich signifikant anders ist. Zumindest in der ersten Phase. Die zweite Phase ist dann doch schon ähnlich zu dem, was wir mit Sonic gemacht haben. Aber ja, so, der Bosskampf ist fair. Dabei bleibe ich. Aber, erst mal, man sieht nicht kommen, dass der so viele Instakill-Angriffe hat. Quasi jeder Angriff in Phase 1 ist schon mal Instakill. Außer, ähm, außer das Vorgang vom oben nach unten fliegt, ja. Genau, und die Raketen sind auch nicht Instakill. Genau, und die Laser, also alles, was mit diesen Peking-Lasern zu tun hat, wenn ihr die berührt, ihr seid instant draußen. Ganz egal, wie viele Ringe ihr habt. Ja, und das ist halt, oh mein Gott, das ist, äh, ja, das habe ich am Anfang gar nicht gemerkt. Gab es vorher irgendwo Instakill-Angriffe? Glaube ich nicht, ne? Also in dieser Form Instakill-Angriffe, weil ich bin der Meinung, man hat ja mehrfach gegen Fang gekämpft, und da hat er auch schon diese pinken Laser, aber die waren auch keine Instakill, oder? Die waren Instakill in der Verfolgungssektion mit Sonic dann ins Big Jungle. Also da hat er immer so Laser-Hitter hingespannt, und die waren dann auch ein Instakill, weil wenn man zu langsam war, dann haben die einen halt erwischt. Ja, das ist mir aber nur bei Trip aufgefallen, weil mit Sonic kam man da ein bisschen einfacher durch. Oh ja, bei Trip bin ich auch ein paar Mal erwischt, man. drehen sich halt in einem sehr weirden Pattern, würde ich meinen, weil was diesen Bosskampf halt so signifikant schwerer auch macht als den anderen, ist, dass der Boden gewellt ist jetzt. Ja, genau, ja. Und das sorgt halt mal wieder für allerlei Jank, weil teilweise scheint für Ringe und Gegner die Kollision nicht richtig zu stimmen, die fallen dann einfach durch. Das ist mir auch bei einem Eggman-Boss ein paar Mal passiert. Warte, das ist ganz anders. Teilweise schweben die Gegner dann da einfach so in der Luft, weil sie denken, sie müssen da lang, weil da die originale Boss-Area war. Okay. Das ist irgendwas weirdes passiert da an bestimmten Punkten in dieser Arena mit der Kollision, dass für die Ringe und die Gegner scheinbar irgendwie gelockt ist, ja, die liegen halt dann da unten. Da, wo die originale Strecke war. Okay. Das verstehe ich nicht, wie das passieren kann, weil so funktioniert Kollision eigentlich nicht. Ja. Aber ja, dass Ringe generell durchfallen und sowas, das ist halt unfassbar nervig und das sollte unbedingt gefixt werden. Ja, ich hoffe, das ist auch ein Patch, weil das nervt extrem. Das passiert mir viel zu häufig. Mhm. Aber dann hat man halt Phase 1 irgendwann geschafft, wenn man da, ja, sagen wir mal, geduldig genug ist, geht das auch relativ easy. Es dauert halt nur mal wieder ewig. So allein Phase 1 dauert fünf Minuten fast. Und durch die muss man jedes Mal durch, auch wenn man sie theoretisch schon auswählen kann, wenn man in der um einiges schwierigeren zweiten Phase dann ständig stirbt. Und dann kommt die zweite Phase, die halt ähnlich aufgebaut ist wie der Final Boss mit Sonic. Mhm. Allerdings. Da müssen wir Sachen auf ihn zurückschmeißen im Grunde. Ja, durch den gewählten Boden wird das Ganze halt zu einer absoluten Tortur, weil auf gewählten Boden, wir kennen alle das böse M-Wort, Momentum. Ja, ja. Das wirkt sich natürlich auch darauf aus, wie und wohin man springt. Mhm. Und wenn du gerade an der falschen Stelle bist, er hat nämlich ein paar Angriffe, die sind, holy shit, also einmal, ich nenne es den Super Smash Bros Angriff. Ja. Wo er erst Energiekugeln so auf das Feld schießt, sozusagen. So Spinnennetze, könnte man sagen. so Spinnennetze. Elektrisierte Spinnennetze, wo man, Fragezeichen, nicht rauskommt, Fragezeichen, weil ich hab's einmal geschafft, da hab ich aber durch... Oh, sorry? Ja? Man muss maschen. Man muss maschen wie Sau. Also, wenn man extrem schnell maschen, hab ich nicht geschafft. Dann kann man durch, aber es ist extrem schwierig, weil man muss sehr stark maschen. Ich dachte mir, man kann maschen, aber ich hab's nicht einmal geschafft. Einmal hab ich, bin ich da rausgekommen, weil, ich weiß nicht mal, wie das ging, weil es hat nie wieder geklappt. Irgendwie hat sich das Emerald-Kräfte-Menü geöffnet, und dann bin ich da einfach rausgefallen. Okay. Also, man kann rausmaschen, aber das ist bei mir auch, hat nicht konsistent geklappt. Ein paar Mal, wenn ich schnell genug reagiert hab, dann, wenn ich schon gewusst hab, von wegen, oh, da fall ich jetzt rein und ich einfach schnell genug einfach von vornherein schon angefangen hab zu maschen, dann geht's aus. Aber es ist schon sehr heftig, also es ist nicht konsistent für mich. Ja, und der Punkt ist, ich hätte gern mehr Kontrolle darüber, ob und wie ich da reinfalle, als ich es tatsächlich habe, weil teilweise hatte ich wirklich den Eindruck, dass mich das ein bisschen von, dass die Hitbox davon größer war, als es visuell den Anschein macht. Und ja, ich bin da ein bisschen blöd gesprungen, weil es ging halt gerade irgendwie bergrunter oder sowas, und da ist der Sprung ja ein bisschen mehr in die Weite statt in die Höhe. Ja. Was diese wellige Arena halt so furchtbar nervig hat, weil du hast keinen Einfluss darauf, ob du gerade runterläufst, wenn er das schießt. Also, beziehungsweise du hast Einfluss, aber nur bedingt. Und dann bist du da halt drin, und denkst dir so, ja, geil, jetzt darf ich noch mal sieben Minuten Bosskampf machen, wegen dieser dummen Scheiße. Ja, die Minuten in diesem Fight summieren sich extrem schnell. Ich meine, ich habe letztens zwei Stunden, zweieinhalb Stunden oder so gestreamt, und habe diesen Bosskampf nicht geschafft. Und das, obwohl er eigentlich nicht so hart schwer ist, sondern ist das einfach durch den Jank, den er zeigt, habe ich da Probleme. Und das nervt. Ja. Und ja, das geht dann halt so weiter. Man hat dann, teilweise schießt er so Raketen, da kommt dann ein so ein roter und ein grüner Ball raus. Die grünen kann man auf ihn zurückschleudern, die roten nicht. Die sind keine Insta-Kills, was mich schon mal freut. Ja, aber sie sind trotzdem... Aber wenn man davon getroffen wird und die Ringe durch den Boden fallen, naja, wir wissen es. Da fühlt sich fast wie ein Insta-Kill-Angriff an, ja. Ja, und auf jeden Fall hätte man, finde ich, in bestimmten Punkten besser designen können. Aber dennoch ein fairer Bosskampf. Ja, wie gesagt, insta-Kill-Sachen finde ich ein bisschen leer. Also, insta-Kill-Sachen muss jetzt echt nicht sein. Warum gebt ihr mir Ringe, wenn eh jeder zweite andere von den Bossen insta-Kill ist? Eben, das ist einfach mein Ding. Man hat die Ringmechanik und die wird einfach komplett ignoriert für diesen Fight, grüßt mit Dice. Und for fuck's sake, pack da bitte ein fucking Checkpoint zwischen. Ja, bitte. Es ist halt eine absolute Tortur, wenn du immer und immer und immer wieder Phase 1 machen musst. Ja, wo ich dann teilweise, teilweise habe ich den Controller einfach schon zur Seite gelegt, wenn ein bestimmter Angriff kam, weil ich so war so, ja, okay, hier kann ich jetzt halt eh wieder warten. Das Ding ist einfach, irgendwann lernt man die erste Phase relativ gut und man kommt auch ziemlich konsistent durch. Aber es dauert halt trotzdem fünf Minuten, weil man braucht mehrere Hände. mindestens. Das passt einfach relativ langsam, die Angriffe nach der Reihe. Und das ist einfach, die Zeit summiert sich einfach sehr stark, in der man in diesem Pass sitzt, wenn man ständig nur an der zweiten Phase dann drauf geht. Die ist dann einfach nochmal um einiges kniffliger wie die erste. Ja, das ist halt einfach... Der Pass ist einfach die Kulmination von schlechten Design, also von den schlechten Design-Philosophien, die eben die Sonic Superstars-Bosse haben. Bei dem Pass kommt einfach alles zusammen, was mir an den Sonic Superstars-Bossen nicht zusagt und das sorgt einfach für ein ziemlich nicht allzu gutes Erlebnis als neu. Und was ich aber nochmal positiv bei dem Boss hervorheben möchte, der fragt wirklich alles ab, was du in dem Spiel gelernt hast und abgesehen von diesem Energie-Laser-Spinnennetz, hast du auch alles von diesen Angriffen, die er halt macht und wie du sie zurückschleudern musst und und und, hast du alles schon mal gesehen im Spiel? Das finde ich sehr positiv. Also der wirft halt nicht plötzlich neue Gameplay-Mechaniken dir an den Kopf wie diverse andere Bosse, über die wir nicht mehr sprechen wollen, sondern auch von der Philosophie her, wie du den Boss angehen musst, muss ich sagen, ja, passt. Haben sie gut einfach nochmal das Wissen abgefragt, auch wenn es halt wie gesagt brutal schwer ist und die erste Phase, dass du die halt ständig immer und immer und immer und immer wieder machen musst, das ist, oh, come on. Ja, das zieht sich sehr. Und ja, dann, nachdem er den Final Boss besiegt hat, mit den jeweiligen Charakteren, kommen die Credits, die absolut furchtbar sind. Ja, mehrere Minuten dauern, ja. Also ich glaube, 10 bis 15 Minuten dauert es trotzdem schon. Ja, die kommen. Und ja, das ist halt furchtbar nervig, weil die auch wieder, ich bin eigentlich Fan davon, wenn sie kreative Credits machen, aber hier ist es jetzt wieder so wie in Sonic Colors, du läufst von links nach rechts und die Credits fliegen dann da durch und du kannst währenddessen halt spielen, aber die Art und Weise, wie das halt präsentiert ist, sorgt halt dafür, dass die Credits doppelt so lang sind, wie sie müssten. Ja. Ja, und dann kommt noch die letzte Story nach Trip. Genau, ja, also nachdem man mit Trip einfach den Fang Final Boss besiegt hat, gibt es einen neuen Menüpunkt, Last Story basically. Ja, und ich weiß jetzt nicht, was da storytechnisch passiert, ob da noch ein Cutschen ist oder sowas, aber Es wird alles neu nicht allzu viel erklärt, also es gibt weitaus weniger Kontext, wie ich mir für diese Situation eigentlich, oder wie ich für diese Situation eigentlich gern gehabt hätte. Ja, Ja, und dann kommt halt ein Supersonic Boss Kampf, wo dann einfach ein Drache da ist und Ja, ja, also keine Ahnung, der Kampf ist wieder sehr, sehr, sehr viel warten. Ich habe ihn jetzt nur gesehen, so David, du hast ihn gespielt. Ich habe ihn gespielt, ja, und der war irgendwie dafür, dass der Boss irgendwie so die letzte unter Anführungszeichen Belohnung sein soll, einfach die letzte große Herausforderung, war er allzu noch ziemlich an der Weine. Also er war, ich glaube, das perfekte Wort, was du im Vorfeld schon angeführt hast, ist einfach, er ist sehr klanky. Der Boss fühlt sich einfach an, als wäre er irgendwie nur so halbfertig, auch was so gewisse Mechaniken angeht. Und man fliegt also, mal im Kontext, man fliegt mit Supersonic einfach in dem 2D-Area rum, der Boss befindet sich meistens im Hintergrund und macht halt seinen Bullshit und man muss da ausweichen oder auch nicht, weil man nimmt eh keinen Schaden. Und die ganzen Ringe, die da rumfliegen, muss man natürlich einsammeln. Es gibt da so einen leichten Magneteffekt, das ist recht praktisch. Also das Ring einsammeln, das muss ich nochmal sagen, weil das ist ein Kritikpunkt von mir, ist in etwa so wie in Sonic Mania. Ja, genau. Wie da beim Final Sonic, äh, Final Super Sonic Boss. Genau, die fallen halt vom Himmel und man muss halt irgendwie mit Supersonic so ein bisschen in die Nähe fliegen, dass man die Ringe dann einsammelt. Aber halt auch nur einzeln und nicht irgendwie mehrere gleichzeitig, was halt vielleicht mal ganz nett wäre. Ich meine, wie gesagt, man muss in die Nähe kommen, dann fliegen die Ringe so wohl alle ein bisschen, ein kleiner Batch von Ringen einfach, der in der Nähe war, fliegt dann schon auf dich zu. Aber man muss halt häufig in der Nähe sein dafür. Eine Sache, die mich bei dem Boss überrascht hat, wo ich irgendwie mir nicht sicher war, wie zum Geil verliege ich jetzt eigentlich so schnell Ringe. Der klassische Dash, den man mit Supersonic macht, der kostet Ringe. Das war in Sonic Mania aber auch so. Ja, aber mich nervt das einfach, weil das habe ich einfach absolut nicht gewusst, dass das wieder irgendwie Ringe verlangt. Und ich bin da einfach kreuz und quer mit Supersonic durch die Gegend gedasht, weil yay, und dann kann ich den Angriff besser ausweichen als mögliche. Und dann war der Kopf irgendwie ständig vorbei und ich so, wait a minute, warum habe ich jetzt irgendwie null Ringe, obwohl ich vorher noch 30 gehabt habe? Und dann habe ich das gecheckt und basically sorgt das dafür, dass man den Dash in dem Fall schlicht und einfach nicht benutzen sollte, weil es bringt nicht wirklich was. Ja, wie in Sonic Mania übrigens. Ja, aber warum? Wer macht den Bosskampf generell in der Luft und zweitens mit dem Dash? So, man steht am Boden und springt halt einfach zu den Gegnern. So war es in Sonic Mania. Aber diesmal gibt es keinen Boden. Ja, ich weiß, ich weiß, was ich meine. Ja, in Sonic Superstars hat man halt nur gewisse wenige Möglichkeiten, den Boss dann zu erreichen. Der Kampf wechselt dann zum Beispiel auch in der Ansicht, wo der Boss dann Feuerbälle und so weiteres oder schwarze Löcher auf dich schießt. Und wenn man ihn dann schnell genug erreichen kann, dann kann man ihm Schaden machen. Und keine Ahnung, das fühlt sich auch sehr clunky an alles. I don't know, der Boss war einfach sehr underwhelming. Und es gibt dann einfach auch wieder so viele Phasen, wo der Boss einfach im Hintergrund seine blöden Angriffe macht. Und ob man sich von diesen Angriffen treffen lässt oder nicht, ist vollkommen irrelevant, weil man nimmt mit Super Sonic eh keinen Schaden. Also schaut man sich im Grunde einfach eine glorifizierte Cutscene an. Wir haben gleichzeitig versucht, irgendwie so ein paar Ringe mit aufzuschnappen. Und der Boss hat dann eine zweite Phase auch nochmal. Und der Kampf, alles in allem, geht auch wieder in Richtung so 10 Minuten. Und was bei dem Boss dann am Ende nochmal ganz lustig ist, er hat ein QTE-Event am Ende nochmal, wo der Boss einfach mit der andere auf Super Sonic schießt. Und man muss dann einfach im richtigen Rhythmus den Knopf drücken und die Meteoren auf ihn zurückschießen. Ansonsten verliert man sehr viel Zeit und geht dann sehr schnell einfach drauf, weil in diesem Mal sparen auch keine neuen Ringe mehr. Und das passiert natürlich erst ganz am Ende von diesem 10 Minuten Kampf. Also wenn man da noch absolut nicht checkt, was man tun muss und was jetzt abgeht, dann viel Spaß, das alles einfach nochmal zu machen. Fun! Ja, es ist einfach, der Boss ist einfach change und es fühlt sich, auch wenn man mit Super Sonic unterwegs ist, fühlt es sich nicht gut an, Super Sonic zu steuern. Eben auch deshalb, weil man den Dash eigentlich kaum benutzen sollte, weil der einfach Ringe wegsaugt wie sonst was. Ich finde es halt nett, dass Tails da zwischendurch immer mal lang fliegt und Ringe fallen lässt und dann fliegt Knuckles da lang einfach durch den Boss durch und ich sehe das so und bin so, okay. Knuckles lässt natürlich auch Ringe fallen. Also alle Freunde tauchen da hin und wieder mal im Hintergrund auf und lassen einfach eine größere Anzahl an Ringen fallen und wenn man die Freunde dann dabei auch berührt, dann bekommt man auch nochmal, glaube ich, 5 oder 10 Extra-Ringe dazu. Berühren! Berühren! Und das ist auch recht nett, I guess, da kann man den Ring-Counter einfach relativ gut aufrischen nochmal und damit länger am Leben bleiben. Aber, I don't know, der Boss war einfach weird und nicht allzu spaßig und das Design von dem Boss wirkt auch so ein bisschen, als wäre er irgendwie entweder aus einem Nice-Spiel gehüpft oder Arzest hat da irgendwo von Bale in Wonderworld noch ein altes Design gehabt und da reingeworfen in Sonic Superstars, weil der Boss hat sich irgendwie in mehrerer Hinsicht nicht wirklich wie ein Sonic-Boss angefühlt. Und keine Ahnung, der Kampf ist einfach weird. Wie gesagt, der Kampf hat auch kaum Kontext. Der Drache steigt basically aus so einem violetten Loch raus und ist dann einfach da und man weiß jetzt nicht, wie das storytechnisch, wie storytechnisch jetzt eigentlich großartig dazugekommen ist. Und dann wird der Drache wieder verbannt und alle sind glücklich und yay, aber keine Ahnung. Es ist alles ein bisschen nicht zu Ende erzählt, habe ich das Gefühl. Aber ja, bin mit dem Finale nicht ganz so zufrieden, muss ich sagen. Der Boss war ein bisschen underwhelming in mehrerer Hinsicht. Mechanisch und letztendlich auch was das Setting und einfach die ganze Story Relevanz angeht. Und um das jetzt, wenn wir schon bei Story Relevanz sind, nochmal zu sagen, nein, The End hat nichts mit diesem Spiel zu tun. Es ist maximal eine Anspielung, dass der Mond halt lila ist. Oh mein Gott. Ja, ich meine, ich habe da auch ein Double Take gemacht, wie ich das erste Mal durch Egg Fortress durchgerannt bin und dann ist da im Hintergrund einfach wie Letter Mond und ich so, wait a minute. Ja, das ist schon in hier Frozen Base Akt 2 sieht man den schon. Aber das ist eine Anspielung. Es ist nicht mehr als eine Anspielung. Gerne. Also storytechnisch hat die End nicht wirklich irgendeine Form von Relevanz. Außer, es kommt jetzt irgendwo im Nachhinein noch bei irgendeinem zukünftigen Sonic-Projekt raus, von wegen, hey, die ganze Sache war nur eine Cyberspace-Illusion und das war die ganze Zeit irgendwie die End hat dahinter gesteckt. Aber davon würde ich jetzt nicht ausgehen, weil sie damit ja auch Trip im Grunde neu in die Franchise mit integriert haben. Also, glaube ich nicht, dass da irgendwas in der Hinsicht passiert. Es ist einfach nur ein kleines Easter Egg oder überhaupt nur eine Designentscheidung von wegen, hey, den Mond einfach so einen violetten, so einen violetten Shading zu geben, lässt den Mond ein bisschen bedrohlicher in dieser Finalzone aussehen. Das kann sogar legit nur das gewesen sein. Aber auch ich, wie gesagt, auch ich habe einen Double-Take gemacht, wie ich das gesehen habe. Ja, aber du machst da sowieso immer komische Takes, so wie, ich will den Multiplayer unbedingt spielen für das Review und ich sage dir die ganze Zeit, David, das lohnt sich nicht. Das ist es nicht wert. Ich kann dir sagen, was im Multiplayer passiert. Spiel den von Sonic 4 Episode 2 und du weißt, wie er aufgebaut ist. Tja, aber wir machen ein Review, wo wir alle Aspekte so ein bisschen beleuchten müssen. Das war mir schon wichtig, da mal reinzuschauen. Ja, ich habe ihn ja aber schon gespielt, ich wusste doch, wie es ist. Aber ich nicht und ich schreibe das Review. Tja, aber gut, kommen wir zum nächsten Punkt und das ist die Technik, Thaddeus, die Technik. Ja. Ja, also grafisch muss ich erst mal sagen, sieht nett aus. Ja. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Also es ist halt nicht hässlich, es ist jetzt nicht unfassbar hübsch oder so. Ja. Und da spreche ich jetzt übrigens über die Playstation und Xbox und PC Versionen des Spiels. Ja. Nur um das nochmal erwähnt zu haben, später mehr. Später mehr dazu, ja. Ja, also, ich weiß nicht, ich finde halt, alles wirkt so ein bisschen mobile-isch, so als wäre das ein Spiel, was halt einfach auf dem Mobilgerät portiert werden kann und fertig. die Grafik ist halt sehr einfach, also Generations sah besser aus, machen wir uns nichts vor. Würde ich stellenweise auch sagen, nicht jetzt animationstechnisch, weil die Charakteranimationen sind schon relativ Ich rede von der Grafik, David. Grafik. Aber, klar, Grafiktechnisch, ja. Es spielt zumindest auf ungefähr einem Level mit Generations. Teilweise tatsächlich jedoch so und auch ein bisschen schlechter. Ich würde halt permanent sagen, schlechter, weil in Generations merkt man, wie viel Arbeit da reingeflossen ist, das irgendwie richtig hübsch aussehen zu lassen und ja, hier merke ich das nicht. Ja. So, die Assets sind halt teilweise, sehen die schon echt mies aus. Hintergründen sind ein bisschen an der Weiming auch hier. Das ist jetzt halt weniger Grafik, sondern mehr tatsächlich dann Richtung Animation. Was mir super oft aufgefallen ist, dass irgendwie bestimmte Level-Elemente einfach durch dich durchglitschen und sowas. Das ist so häufig passiert. Das sieht halt so weird einfach aus, dass du dann irgendwie mit dem halben Charakter stehst du dann einfach in einer Wand oder so. Ja, das weiß ich nicht. Also, ich hab nicht das Gefühl, dass da super krass viel Arbeit in die Grafik geflossen ist. Das haben sie dann doch eher, glaube ich, genutzt, um das Gameplay, das Classic-Gameplay zu portieren und anzupassen. Aber ja, ein Grafik-Award gewinnt das Spiel halt einfach nicht. Ja, es sieht halt cute aus, jada jada, aber von der technischen Sicht aus betrachtet, nee, nee, sorry. Das ist Durchschnittskost, Maximum. Es sieht stellenweise recht charmant aus, würde ich sagen, wie gesagt, und welche Hintergründe von Machen Sie uns wirken auch ein bisschen besser als andere und mir persönlich gefallen auch die Animationen relativ gut, muss ich sagen. Zum Beispiel auch die Eggman-Animationen in den Kämpfen selbst wirken halbwegs lebendig und auch was die Charaktere selbst angeht. Ja, die Animationen, da sage ich nichts gegen, die sind hübsch. Also das ist der Punkt, wo ich wirklich sagen soll, da hat das Grafik-Team echt eine tolle Arbeit geleistet. Animationsteam. Animationsteam, ja. Grafik und Animation möchte ich wirklich gern voneinander trennen. Klar, ja. Aber keine Ahnung. Ich meine, auch die Charakter-Modelle selbst sehen wirklich gut aus durchgehend. Da kann man auch absolut nichts sagen. aber es ist halt jetzt nicht irgendwie Standart-mäßig, weil es sind halt die bekannten Charakter-Modelle, aber sie wurden wirklich gut eingefügt in ein 3D-Setting. Wenn man sie jetzt von Sprites auf 3D irgendwie die Überleitung so ein bisschen betrachtet, das finde ich schon gelungen. Auch wenn es teilweise, was ich halt bei den Animationen wirklich sagen muss, teilweise wirkt mir das, dass die Animationen zu abrupt starten. So gerade was Cutscenes angeht. Ich weiß nicht, das wirkt teilweise nicht so richtig schön fließend. so hübsch die Animationen auch sind, aber das wäre was, was ich mir noch gewünscht hätte, dass so mehr fließendere Übergänge zwischen der Charakter steht und tut dann irgendwas passieren. Aber ja, also mein Problem auch mit der Grafik und mit dem Zone-Design ist einmal, die Zones sind alles in allem jetzt trotzdem relativ generisch unter Anführungszeichen. Also man hat halt die üblichen Standards, die man da jetzt einfach in dem Sonic-Spiel schon oftmals in anderer Form gesehen hat und Sonic Superstars macht doch grafisch jetzt nicht viel, um die irgendwie herausstechen zu lassen. Da finde ich das Art-Design manchmal ein bisschen underwhelming. Nicht schlecht, aber es hätte halt gleichzeitig auch um einiges besser sein können. Also Frozen Base ist da irgendwie ein sehr besonderes Beispiel für mich, weil das ist halt einfach Lost World Frozen Factory, Ende. Ja, Crash and Dice und der Hintergrund ist genauso trist, als würde man jetzt bei Lost World irgendwie da in Richtung Planeten runterschauen, weil es ist wirklich einfach nur eine Einöle, ich glaube mit ein paar Bäumen zwischendurch und das war's dann eigentlich. Ja, also hättest du hättest mir jetzt gesagt, Frozen Base ist irgendwie, ja, ist auf Lost Hacks, ich hätte das abgekauft, ich hätte dir abgekauft, das ist halt einfach Frozen Factory. Ja, es kommt so ungefähr hin, ja. Das ist halt einer der am wenigsten hervorstechenden so neben, leider Lagoon City. Lagoon City, ja, also das war auch mein nächster Punkt, Lagoon City, der Hintergrund ist stellenweise sehr trist und sehr langweilig. Einfach, wenn man da wollen. Dann guckt man mal die Low-Bruly-Version an. Ja, ja, das ist dann auch das nächste Problem auf der Switch, aber auch jetzt auf regulär PlayStation 4 in gewissen Stellen des Levels dieses Level einfach sehr langweilig aus. Man sieht da im Hintergrund einfach nur entweder das Meer oder einfach irgendwelche Wände, aber so wirklich eine starke visuelle Identität hat dieses Level nicht unbedingt, was jetzt irgendwie, zumindest was den Hintergrund angeht. Level Design ist natürlich noch mal eine andere Sache, aber keine Ahnung, das fand ich ein bisschen underwhelming und das drückt halt leider auf die meisten Zonen zu. Das zieht sich so ein bisschen durch. Ausnahmen, Ausnahmen natürlich, Pinball Carnival Act 1 und 2, tippitoppi, Cyber Station, das sieht richtig, richtig toll aus, die X-Stage, Act Fortress Zone ist in Ordnung. Man ist halt sehr viel durch graue Korridore unterwegs. Ja, aber es ist schon okay. Aber ja, das war es eigentlich mit den hervorstechenden Sohn. Ich finde Sand Sanctuary noch erwähnenswert. Jetzt, es sticht nicht super heraus, aber hat generell, wenn man jetzt von den Hintergründen absieht, ein schönes Design, rein, was halt eine schöne Sandopolis-Anspielung ist, aber ich halt cooler finde als Sandopolis. Ja, aber auch da, es sticht halt irgendwie ein bisschen zu wenig raus im Vergleich zu anderen Sonic-Spielen. Das ist auch ein bisschen ein einfaches Problem, was ich mit der Art Direction von Sonic Superstars habe, dass einfach vieles relativ, keine Ahnung, relativ ähnlich aussieht, wie wir es schon mal gesehen haben und sie sich da einfach nicht so viele Freiheiten gegeben haben, wie sie es hätten tun können eventuell. Wie sie es beispielsweise bei Sonic Mania getan haben. Genau. Dann re-u'st du schon Zonen, aber die haben es trotzdem gemacht, das wieder frisch aussehen zu lassen, was auch mit den Level-Gimmicks zu tun hatte, ja, ist mir bewusst, aber ich finde halt, im Pixel-Stil kannst du mehr machen und ich bin von dem ganzen 3D-Stil nicht so der Riesen-Fan für Classic Sonic, leider. Ja, also es kann funktionieren und wie gesagt, Sonic Generations, Classic Sonic hat ja auch schon teilweise so ausgesehen, wo ich mir gewünscht hätte, dass Sonic Superstars da auch ein bisschen dieselbe Kerbe geschlagen hätte, aber vielleicht in dem potenziellen zweiten Teil mal schauen, es ist auf jeden Fall einiges Luft nach oben, würde ich behaupten, in dem Aspekt. Was uns dann zu dem bringt, wo auch viel Luft nach oben ist und das ist die Musik. Die Musik, ja. Oh mein. Oh boy, das ist das leidige Thema. Grundsätzlich muss ich sagen, wenn man von den Melodien ausgeht, die halt da im Hintergrund die ganze Zeit dudeln, nur die Melodien ohne Instrumentwahl ragt das Ganze von guter Durchschnitt bis teilweise wirklich top. will ich unterstreichen. Generell, der Soundtrack, wenn er gut ist, dann ist er halt wirklich gut, aber das Problem ist, wenn er scheiße ist, dann ist er halt auch richtig scheiße. Ja. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, du hast letzte Woche schon drüber gesprochen, dass der halt an sich schon mal super inkonsistent ist. Ja, das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte, was der Soundtrack auch geht. Das ist halt, ja, viele Köche verderben den Brei. Würde ich jetzt hier nicht so in dem Fall anwenden, sondern bestimmte Köche verderben den Brei. Ja. Team Sonic Racing zum Beispiel hat auch sehr viele Köche gehabt, aber da ist der Soundtrack einfach konsistent wirklich gut, weil die Direction einfach gepasst hat. Ja, und jetzt ist es halt leider so, ich mag nichts, wo Jun Senui wirklich sehr aktiv seine Instrumentauswahl einbringen konnte, wenn ich das so formulieren darf. Ja, die legendären Trump-Samples aus Mega-Rive-Zeiten. Ja, also wirklich, wenn ich mir Zonen wie Speed Jungle anhöre beispielsweise, ich liebe es. Act 1, großartiger Song. Press Factory, wo er tatsächlich, glaube ich, auch beteiligt war, aber das klingt gut, das hat mich so, das hat die guten Sonic 4-Vibes, das habe ich im Stream ja auch schon gesagt, das sind halt die Vibes, die ich halt so von Mad Gear bekommen habe beispielsweise in Sonic 4 Episode 1, was ich halt cool fand damals und auch heute noch cool finde. Anziehungsweise nicht schlecht, aber es ist halt wieder die Instrumentalisierung, die es einfach sehr stark runterdrückt. Nein, in Press Factory finde ich es halt fair, das ist okay. Okay, ja. Weißt du was, ich muss mir jetzt die Zonenliste aufmachen, Jesus Christ. Golden Capital ist halt ein Longpoint, was Soundtrack angeht, was den Soundtrack-Kristall angeht. Aber das sind auch nicht die Instrumente, sondern das ist einfach ein Stück, wo ich sage, es hat einfach überhaupt nichts, was es in irgendeiner Form interessant macht. Ja, erstens das ist halt einfach langweilig. Das ist halt noch Peak Sonic 4, also Spitzel Store bei dieser Saison sind wir im Peak Sonic 4 angekommen. So, dann kommt aber Pinball Carnival, Akt 1 und 2, absolut oberklasse. Richtig, 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 richtig gut. Bridge Island Zone für eine Opening Zone sehr nett, ansonsten gibt mir das leider nicht so viel. Aber es ist nett, wenn es was ist. Sky Temple hat irgendwie auch so vor sich hingedudelt irgendwie die meiste Zeit. Ist nicht schlecht, aber es ist halt auch einer von der Songs, die sind einfach im Hintergrund rumdümpeln. die Gloom City, ist so zwischen den Acts so ein Hit and Miss, also klingt schön atmosphärisch in Teilen, dann aber auch wieder so, dass ich mir denke, ach Gott, ich schlafe gleich ein. Act 2 ist tatsächlich eins meiner absoluten lügigen Stücke vom Spiel. Ich mag das sehr, sehr gerne. Sand Sanctuary finde ich tatsächlich sehr cool. Ja, Sand Sanctuary war gut. Das ist so auch, wie ich mir so ein Wüsten-Theme vorstellen würde. Warte, ich muss das mal kurz anwerfen, damit ich es nochmal höre. Moment. Ah ja, ja doch, das finde ich toll. Ja. Nicht, dass ich hier noch was Falsches sage. Press Factory, wie gesagt, sowohl Act 1 als auch Act 2 mag ich sehr gerne, trotz der schwierigen Instrumentwahl. Ja. Golden Capital, uch. Ja, nö. Ist halt boring einfach. Genauso wie Frozen Base übrigens. Frozen Base finde ich auch, da ist nix, außer der Tales Act, glaube ich, klang ganz okay. Ja, der war recht nett. Auch wieder das Problem mit den Sandiquier-Instrumenten, aber dort zumindest für die häufigste gute Melodie gesorgt, ja. Cyber Station, für mich, zusammen mit Pinball, Carnival, der absolute Highpoint vom Spiel, was den Soundtrack angeht. Also, von Anfang bis Ende, ich liebe dieses Theme, das ist einfach echt toll. Es ist echt gut, ja. Und das macht auch einfach Bock beim Spielen, so, das ist eines der wenigen Level, wo ich wirklich dieses Spiel spiele und bedenke, ja, ich hab gerade Bock, ich bin gerade erhypt. Ja, es ist ja auch ansteiltechnisch das wahrscheinlich am vorstechendste Level im ganzen Spiel, ja. Wo ich mir gewünscht hätte, es wird einfach, mehr vom Spiel wird einfach so aussehen, so viel Liebe zum Detail bekommen haben, wie jetzt Cyber Station. Und Act Fortress haben wir schon drüber gesprochen, Killer Soundtrack, sowohl Akt 1 als auch Akt 2. Ja. Etwas, was ich, was ein richtig, richtig gemischtes Paket ist, ist wirklich das Final Boss Theme, wo man gegen Fang mit Trip kämpft. Ja, das ist mir wieder auf die Nerven geholfen. Mir, mir halt nicht, aber ich, ich liebe es, wie dieses Stück anfängt. Das ist ein wirklich, wirklich starker Anfang. Und dann hauen sie die Midi-Sounds wieder rein und ich bin so, ach, komm, on. Ja, ich glaube. Also du hast wirklich Hypen anfangen und dann kommen die Midi-Sounds und du bist halt instant so, ach Gott, was ist denn das jetzt schon wieder? Ich will meine Ohren abreißen. Ja. Das Ding, was jetzt die Boss-Lieder allgemein angeht, der Eggman-Final-Boss ist wahrscheinlich auch mein absolutes Lieblingsstück mit ziemlichem Abstand. Okay, warte, Eggman-Final-Boss-Sonic-Superstars. Ich müsste schreiben können. Weil den habe ich gerade tatsächlich gar nicht im Kopf. Das Ding ist ziemlich stark. Sonic-Superstars-OST-Final-Boss, das könnte es sein. Ja. Oh ja. Ja, das ist sehr, sehr nett. Also gerade die Boss-Kämpfe sind mehr miss als Hit, was das angeht. Aber auch was den Final-Boss angeht, Final-Boss, also Super Sonic-Final-Boss hat auch ein relativ langweiliges Final-Boss-Buch. Aber wie gesagt, Fang-Mark 2 finde ich super cool. Mag ich sehr gerne, bis dann halt der Hype-Part vorbei ist und dann eben kommen diese Midi-Sounds und du bist halt so Ahhhh, Hilfe. Please do. Und ja, das Mini-Boss-Theme ist okay. Okay-ish, ja, es geht. Und dann kommt das Boss-Theme. Oh mein Gott, ja. Und das ist halt der absolut härteste Low-Point des ganzen Soundtracks. Mhm. Jesus fucking Christ, ich kann mir das nach zehn, konnte mir das nach den ersten zehn Sekunden schon nicht mehr anhören. und das ging mir auf der Gamescom schon so. Ich glaube, ich habe es auf der Gamescom erwähnt. Das ist halt Sonic 4 in seiner schlimmsten Form. Mhm. Einleitig. Und dann sind das ja teilweise leider Bosskämpfe, die hat irgendwie fünf Minuten dauern. So der erste Bosskampf gegen Fang in Golden City hat dasselbe Theme und das dauert einfach ewig. Ja, es dauert eine Ewigkeit. Das ist ständig nur dieser zehn bis fünfzehnten Sekunden Loop. Es ist so anstrengend. Sie haben einfach absolut keine Lehren aus Sonic 4 gezogen. Und das ist why? Genug Leute sollten das eigentlich kritisiert haben. Ich habe es gerade nochmal angemacht. Allein wenn ich diese Instrumente schon höre. Oh, das schmerzt. Ja. Es ist ja dann in der zweiten Spielhälfte gibt es ja dann glaube ich bei zwei Sons nochmal ein alternativen X2-Bassfilm. Das ist relativ okay. Das ist ja, das ist okay. Press Factory. Das ist einiges besser als die Alternative, die man stattdessen haben kann. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also bin ich sehr glücklich drüber. So, das war es dann mit Soundtrack. Sounds hat sich der Kritikpunkt von letzter Woche ja erledigt. Und ansonsten sind es halt basically die klassischen Sounds, die man kennt. Mit ein paar neuen Sachen drin. Also da brauchen wir glaube ich nicht groß drüber reden. Nö, Sounddesign ist relativ okay. Und ja, das Spiel läuft auf allen Plattformen eigentlich konstant auf 60 FPS. Das ist auch cool. Ja. Allerdings, ja, jetzt muss ich es ansprechen, oder? Zeit für die Switch-Version. Ich meine, Zeit für die Switch-Version. Oh boy. Kommt drauf an, weil ich würde da noch gerne über den Multiplayer ein bisschen reden, aber je nachdem, was du zuerst machen willst. Wenn wir gerade schon beim Technik-Part sind, würde ich schon über die Switch-Version dann erstmal sprechen. Okay, die hast du ja jetzt nicht gespielt. Das heißt, das ist jetzt basically mein Feld. Genau, ja. Oh Gott, die Switch-Version. Und erstmal alles, was man an Kantenglättung in der, ja, ich will nicht sagen in der großen Version, wie sagt man jetzt, in der 4K-Version. Nennen wir es einfach 4K-Version. Die Switch ist ja auch HD. Ist auch HD, ja, aber keine Ahnung. Das war früher zumindest der Folge damals noch zu Wii und PlayStation 3 Zeit. Kantenglättung existiert hier einfach nicht. Die Kanten sehen halt alle, oh mein Gott, ich möchte mir die Augen auskratzen, wenn ich das sehe. Ich weiß nicht, wie lange ich nicht mehr so ein Fehlen von Kantenglättung in einem Spiel gesehen habe, wo du halt bei allen Rändern sämtlicher 3D-Modelle irgendwie dann dieses weiße Pixel-Krisseln drin hast. Mh, lecker. Also, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ja, das Spiel läuft auch auf der Switch meistens auf 60 FPS, okay. Aber das tut halt auch Super Mario Wonder und das sieht halt viel besser aus als Sonic Superstars schon in der 4K-Version. kann ich unterstreichen, dass jemand die erste Welt schon durchgespielt hat. Und David, ich schicke dir jetzt nochmal den Screenshot, den ich von Lagoon City gemacht habe und guck dir den mal in groß an, dann siehst du ganz genau, was ich meine mit der Kantenglättung. Selbst von dem Fliesenboden siehst du einfach, dass da keine Kantenglättung vernünftig existiert, dass halt jede Schräge so aussieht wie eine gestrichelte Linie. Ja, ja, das ist nicht gut, absolut nicht gut. Das ist nur einer der Punkte, denn sie haben es geschafft, tatsächlich bei den Hintergründen, die sind in der großen Version meistens eher so verschwommen, was halt einen coolen Tiefeneffekt dann hervorruft. Ja, es ist halt nett und ja, dieses Verschwommene ist in der Switch-Version einfach nicht mehr da, wodurch man sieht, wie low poly die ganzen Hintergründe sind und das ist am schmerzhaften in Lagoon City. Okay, ja. Also du siehst es gerade auf dem Screenshot, den ich dir geschickt habe, David, das ist halt einfach, ich weiß nicht, was das ist, ich erkenne nicht mal, was das sein soll. Das sollen halt wahrscheinlich irgendwelche Gebäude sein, irgendwelche Levelstrukturen, die im Hintergrund zu sehen sind, ja, fein und funktioniert auch in der großen Version, ist mir da nicht aufgefallen. Mir wurde auf X mitgeteilt, dass das halt auch in den Versionen so low poly ist, aber dadurch, durch diesen Unschärfeeffekt, den die Versionen halt vernünftig da haben, um diesen ja, tiefen 3D-Effekt irgendwie zu erzeugen, sieht man das da einfach nicht. Aber, ja, so die, wie nennt ich das, Death of Field ist halt hier einfach, ja, removed, so, du siehst halt alles, so wie es aufgelöst ist und das fällt eben auch bei allem sonst auf, ich muss mal ganz kurz meine Switch holen, Moment. Oh, okay. Weil das Problem ist, ich habe mir halt ganz viele, ja, ganz viele Screenshots gemacht, aber nicht hochgeladen, deswegen, weil ich mir dachte, hey, ich nehme die Switch einfach gleich direkt mit an den Platz, ja, hat der gut funktioniert. Nice. So, ja, in Golden Capital sieht man im Hintergrund ja dann auch die Häuser und man sieht halt einfach, da sind nicht mal Texturen drauf. Das sind einfach nur random, also es sind Texturen drauf, aber kaum erkennbar. Das sind halt random 3D-Objekte, die da in der Welt rumstehen und dann dahinter noch Berge und wenn du die halt in voller Schärfe siehst, nicht so wie in der großen Version, dann, naja, sind das halt einfach irgendwelche Pyramiden, die oben abgestütten wurden, die sie dahingestellt haben. Das sieht echt scheiße aus. Ja, denke ich mir. Okay, Press Factory sieht okay aus, der Hintergrund. Man merkt halt schon, dass da, ja, die Texturenqualität super niedrig ist drauf, aber es ist halt okay-isch. Wie gesagt, am schlimmsten ist es halt wirklich in Lagoon City und ja, dann ist mir in Cyber Station aufgefallen, dass es ja, dazu führt, wenn man Supersonic im Bosskampf benutzt, bricht die Framerate teilweise schon merkbar ein. Ohne Supersonic nicht, mit Supersonic ist sie aber schon merkbar unten. Okay. Was mich, was mich verwundert, weil eigentlich macht Supersonic nicht viel mehr, aber naja, sei es drum. Dann sind mir in der Switch-Version, der liebe Fastie, der nächste Woche übrigens sehr wahrscheinlich hier zu Gast sein wird, um seine Eindrücke auch nochmal zu schildern, der hat mir jetzt bestätigt, dass er den folgenden Bug auch auf Xbox One X als auch auf der Series X hatte und das ist mir nur auf der Switch passiert, aber irgendwie bei meinem Playthrough vier, fünf Mal, teilweise, je nachdem, was für Aktionen du durchführst oder sowas, spielen Musikstücke einfach parallel zueinander und überlagern sich. Ich habe ein Video davon gemacht, wie es in Golden Capital passiert ist, da bin ich mit Knuckles in die Superform, oh mein Gott, darüber müssen wir noch reden, in die Superform gewechselt und dann war ich auf so einer komischen Plattform, die einen nach oben schießt und Knuckles war dann einfach in der Luft der Meinung, dass er die Superform noch zweimal aktiviert, ohne dass ich irgendwas drücke und dann habe ich das Super-Theme einfach zwei- oder dreimal überlagert gehört. Ja, ouch. Und das ist mir mehrfach passiert im Spiel, nicht nur bei der Superform, sondern auch bei den einfach ganz normalen Stücken, wenn du halt irgendwas triffst oder sowas, kommt da einfach das neue Stück, was sich überlagert. Ich habe da ein paar Videos von gemacht, weil ich so war so, wie passiert das? Und dann schließt du das Level mit Super Knuckles ab und eines der Stücke hört dann auf zu spielen, das andere spielt aber weiter, während dann Golden Capital das Stück sich drüber lagert. Die Result-Screen-Musik spielt dann gar nicht mehr und das leitet dann in die Cutscene ja über, wo man Trips sieht, wie sie halt die Chaos Emeralds dann hat, alle und so weiter. Und da spielt dann einfach neben dem Cutscene-Stück noch das Super Sonic-Theme. Toll. Wow. Also keine Ahnung, was das ist. Das ist mir sehr häufig passiert, jetzt so vier, fünf Mal, wie gesagt, im Switch-Playthrough. Und Fasti hat halt gemeint, hatte er sowohl auf der Xbox One X als auch auf der Series X. Ich auch noch, aber das war damals halt angepatcht. Ich weiß nicht, wie viel besser das inzwischen ist, aber... Also meins ist gepatcht? Also es hat... Eben, ja, bei der Switch ist natürlich dann nochmal auch eine andere Sache, aber auf der PlayStation 4-Version habe ich auch immer wieder mal Soundeffekte gehabt und teilweise auch Musikstücke, die sich ein bisschen überlagert haben oder wo das Musikstück mit dem Level dann einfach ausgesetzt hat aus irgendeinem Grund, weil irgendwie einfach irgendwas die Gleitseite vom Spiel hat. Das ist ja tatsächlich ein Problem, was häufiger an Sonic-Spielen vorgekommen ist schon. Genau, ja. Sowohl die Classic-Spieler als auch die moderneren Spiele. Genau, ja. War jetzt nicht so extrem störend, dass ich gesagt hätte, es passiert ständig, aber es ist halt hier und wieder mal passiert bei meinen Durkern. Wir haben über die Musik schon gesprochen. In den meisten Fällen war es wahrscheinlich positiv, dass sie aus war. Oh, wow. Harsch, aber stimmt. Ja, das ist mir halt in der Switch aufgefallen. Ansonsten, was ich merkwürdig, eine merkwürdige Entscheidung finde, ist, dass man die Emerald-Kräfte in allen anderen Versionen über den linken Button aktiviert, sprich Viereck beziehungsweise X an der Xbox. An der Switch macht man es über den oberen Button, was dort X ist. Das finde ich befremdlich. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber naja, es ist mir aufgefallen und ich war dann so, okay, ich hinterfrage das jetzt nicht, es ist nur aufgefallen. Ja. Also ja, aus technischer Sicht nicht alles unbedingt rund, besonders auf der Switch nicht und die Switch-Version muss ich auch sagen, dafür gebt bitte keine 60 Euro aus. So gern ihr das Spiel da spielen wollt, tut euch das nicht an. Also da sind technisch halt, ich kann das nicht empfehlen, tut mir leid. Also das Spiel generell kann ich für 60 Euro nicht empfehlen, aber dazu kommt noch mehr. Aber besonders die Switch-Version nicht machen. Granted, Frontiers sah auf der Switch schlimmer aus. Okay, immerhin. Es geht noch schlimmer. Ja, aber sonst läuft halt auch auf der Switch relativ konstant in 60 Frames pro Sekunde, das muss man ja auch mal appreciaten, aber wenn ich halt Super Mario Wanda dagegen halte, was das auch tut und einfach dreift sich mal besser aussieht und ich weiß, ja, das ist ein First-Party und ich bin auch der an sich, ja, First-Partys sehen immer besser aus auf der jeweiligen Konsole, aber Superstars so wenigstens, packt wenigstens Kantenglitto rein, tut mir leid, aber oh mein Gott. Es wäre einfach um einiges besser gegangen, auch wenn jetzt, wenn das Spiel jetzt nicht unbedingt so aussehen muss wie ein Super Mario Wanda, ja. Und ja, das wäre es zur Switch-Version, dann habe ich ja gerade, ist mir gerade noch was aufgefallen, was ich noch unbedingt erwähnen wollte. Aha. Warum? Zum Fickenden Fick haben Sonic, äh, haben Tails, Knuckles und Amy keine Superform, sondern es wird dann Superkräfte genannt, statt, äh, Knuckles, kein Naubi, Superknuckles oder sowas, aber Trip hat eine Superform, die übrigens absolut furchtbar zu steuern ist, aber eigentlich der Easy-Mode für den Hard-Mode. Ja, man kann mit ihr, also sie verwandelt sich in den goldenen Rochen und man kann mit ihr einfach durch die Gegend fliegen und Feuerbälle schießen und damit bricht man basically jedes Level vom letzten zwei. Auch wenn sie da halt so, wenn sie rollt oder sowas, dann ist man einfach ein goldener, ein goldener Nebel. Also, da unterstelle ich dir jetzt einfach mal faul halt. Ja, könnte sein. Gut, hat auch damit was zu tun, dass Trip in der Superform halt deutlich größer ist. Mhm. Was ich aber auch nicht, die ganze Trip-Superform-Geschichte ist so weird und ich verstehe sie nicht, aber naja. Ja, das hat halt alles auch mit diesem ganzen Drachen-Konzept eben zu tun, auch was den Final-Postorn angeht. Das aber alles irgendwie nicht allzu gut erklärt ist im Rahmen des Spiels. Ja, und eben, dass die anderen Charaktere keine Superform direkt haben, obwohl die Classic-Spiele eigentlich sagen, die haben die. Für mich ist der Rückschluss, auch wenn ich so das mit der Trip-Animation und einige technische Punkte jetzt gerade in der Switch-Version und sowas sehe, es scheint aus meiner Sicht so zu sein, als wäre nicht die Zeit da gewesen, um die Animationen noch alle zu machen. Das ist eine reine Spekulation, aber gemessen an dem, was so die letzten, keine Ahnung, 50 Sonic-Releases geplagt hat, kann ich mir das halt sehr gut vorstellen. Ja, kann schon gut sein. Es ist ein bisschen komisch, es ist mir definitiv auch aufgefallen, dass die ganzen Charaktere irgendwie nur einen Goldschimmer bekommen und theoretisch haben eigentlich nur Sonic und Trip eine tatsächliche Superform in dem Spiel. Man hatte auch nur die Möglichkeit, im Finalpass dann mit Sonic einzusteigen, also man hat gar keine Auswahl, da irgendwen anders zu nehmen. Ich meine, wenn man jetzt so Sonic Heroes sieht oder sowas, ja, da gab es die Superform von Tales and Nuggets auch nicht, aber das waren halt auch Modern-Spiele, wo ich das mehr vertreten kann, als bei einem Classic-Spiel, wo wir halt schon im Prinzip das alles da haben. Wo sie schon etabliert hat, dass all die Charaktere eigentlich auch Superformen haben sollten. Auch Amy letztendlich, die ja letztens erst eine in Sonic Origins bekommen hat. Ja, genau. Aber ja, so ist es jetzt. Es ist schade, es ist ein bisschen verschwendetes Potenzial, aber die haben keine Superformen. Ja. Also sie haben schon die Fähigkeiten der Superformen, aber sie sehen, also... Ja, also es ist halt nur... Nicht das Aussehen. Das Aussehen ist halt das, was das Problem ist. Und worüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen? Wir hatten noch ein paar Sachen auf jeden Fall, die wir ansprechen wollten, das weiß ich. Also Multiplayer, würde ich gerne ein paar Worte dazu verlieren. Ja, dann sprich... Ach, wir können beide über den Multiplayer sprechen, weil der ist kacke. Punkt. Also ja, da muss man jetzt natürlich differenzieren, weil es gibt ja mehrere Möglichkeiten, jetzt Sonic Superstars auch Multiplayer zu spielen. Und zuerst haben wir ja den lokalen Multiplayer, also den Co-Op-Multiplayer, wo man die Hauptstory mit bis zu drei weiteren Mitspielern durchspielen kann, und dann basically den vier-Spieler-Durchgang machen kann, wo jeder halt in die Rolle von einem der vier Charaktere schlüpft und später dann auch einen Trip eben mit auswählen kann, je nachdem. Und ja, das ist dann halt der lokale Co-Op-Modus. Leider nicht online in irgendeiner Form verfügbar, also außer man macht jetzt so ein bisschen überkomplizierte Sachen wie Shareplay, kann man das leider nicht in irgendeiner Form online spielen, was ich sehr schade finde, weil das hätte sich irgendwie angeboten, aber leider nicht. Aber letztendlich der Co-Op-Multiplayer ist halt sehr chaotisch. Also man kennt das irgendwie... Ja, man verliert halt nichts dadurch, dass man das nicht online spielen kann, ich bin nicht ganz ehrlich. Mehr oder weniger, ja, also wie gesagt, die Umsetzung ist einfach wie bei gewissen anderen Sonic-Spielen gewohnt, unter anderem Sonic 4 Episode 2 oder auch damals Sonic Deadshot 3... Wo es übrigens online gab. Ja, das ist auch ein Vorteil, dass dieses Spiel definitiv gehabt hat im Vergleich zu Superstars. Und auch bei Sonic Deadshot 2 hat man ja im Co-Op-Modus, wo jetzt der zweite Spieler irgendwie den Controller mit Tales, die wir nicht können, hat man ja auch das gleiche Problem gehabt, dass man als zweiter Spieler einfach ständig nur mitgeschliffen wird. Sonic-Gameplay allgemein, Classic Sonic-Gameplay unter anderem auch, ist einfach Gameplay, das relativ flott passiert. Und da ist es einfach schwer, je mehr Mitspieler man hat, dass alle Mitspieler mit diesem Tempo auch mithalten können. Und der Umkehrschluss ist einfach, dass die Spieler, dass andere Spieler dann einfach teilweise mit dem schnellsten Spieler mitgezogen werden, quer durchs Level, mit dem Level nicht wirklich stark interagieren können. Und dass das Spielerlebnis dann für diese Mitspieler auch relativ underwhelming ausfällt, weil sie einfach nicht in der Lage sind, irgendwie aufs Gameplay einzugreifen. Und das passiert mit Sonic Superstars natürlich auch, weil alle Spieler teilen sich einen Bildschirm. Es gibt keine Möglichkeit von Splitscreen, wo jeder sich dann seinen eigenen Weg irgendwie das Level machen hat können, sondern nope. Das ist halt, wenn man den Multiplayer-Aspekt schon so vermarktet, als wäre das halt großer Fokus des Spiels. Spoiler ist es nicht. Keine Ahnung, dann sollte man da wenigstens ein Splitscreen haben oder sowas, aber am Ende ist es halt so, alle Charaktere, die nicht ganz vorne sind, werden einfach nur mitgeschleift. Ja. Und das Spiel ist ständig verwirrt, wer denn jetzt irgendwie der Spieler 1 ist und wer denn alle anderen mitschleift. Genau, ja. Das ist ja dann nebenbei noch der Fall, dass das Spiel manchmal oder die Kamera einfach das Problem hat, welcher Spieler jetzt eigentlich im Fokus stehen sollte und dann die Kamera ständig zwischen mehreren Spielern hin und her springt, was auch sehr verwirrend ist. Ja. Also, wie gesagt, ich finde schon, es ist nett, dass der Multiplayer da ist im Prinzip, weil, okay, das ist einfach, okay, man spielt jetzt ein Spiel 1 und lässt den kleinen Bruder mitspielen und der kann halt nicht so viel machen, aber er hat vielleicht auch ein bisschen Spaß dabei. Aber wenn man es jetzt wirklich ernst plant, mit einfach mehreren Freunden einen richtigen Storydruck zu machen, dann habe ich eher das Gefühl, das wird wahrscheinlich zu frustrierenden Momenten sein, wenn einfach gewisse Spieler dann nicht mit dem Tempo von anderen Mitspielern mithalten können und da einfach ständig nur mitgezogen werden. Das Problem ist nicht so stark bei Passkämpfen, die sind meistens Arena-basiert und da ist es dann wirklich so, dass alle Spieler so ein bisschen mithelfen können, was Machen der schweren Kämpfe tatsächlich auch ein bisschen entschärfen sollte. Also, ich frage mich irgendwie eh jetzt im Umkehrschluss, ob Machen der Passkämpfe überhaupt erst so heftig sind, weil sie einfach dann letztendlich im Multiplayer viel besser bewältigt werden können und das dann auf den Einzelspieler nicht irgendwie angepasst worden ist, weil ansonsten, und das ist auch ein positiver Punkt, der Multiplayer beeinflusst den Einzelspieler-Durchgang so gut wie gar nicht. Also, ich habe jetzt beim Durchspiel nicht das Gefühl gehabt, dass diese ganzen Level jetzt auf den Multiplayer-Erfahrungen ausgerichtet waren, sprich, es gibt jetzt weniger Speedmassagen, sondern viel mehr Platforming oder die Level sind viel weiter und viel offener, als man sich jetzt von Classic gewöhnt ist. Absolut nicht, also das Spiel ist als Einzelspieler wirklich eine volle Erfahrung und der Multiplayer ist dann halt nochmal ein Zusatzthema dazu hat, aber der jetzt bei der Entwicklung nicht der Hauptfokus war, allerdings aus irgendeinem Grund im Marketing und keine Ahnung, wie gesagt, das finde ich irgendwie ein bisschen eine fehlerhafte Marketingstrategie, weil der Multiplayer ist echt nicht allzu gut. Und ja, das jetzt erstmal der lokale Co-Multiplayer, wir haben dann auch nochmal den Online-Multiplayer und das ist teilweise sogar noch schlechter umgesetzt, habe ich das Gefühl, weil ich kann verstehen, okay, es macht Spaß einfach zusammen vielleicht so ein bisschen durch die einzelnen Level zu rasen, auch wenn da jetzt wirklich Probleme hinsichtlich der Kamera und hinsichtlich dem tatsächlichen Fokus auf den richtigen Spieler bestehen. Kann Spaß machen unter anderem, es ist mit den richtigen Leuten, kann sowas auch recht chaotisch und humorvoll werden, aber was jetzt den Online-Multiplayer angeht, wo man jetzt irgendwie in so Wettkämpfe reingeworfen wird, also das Prinzip ist einfach, man muss drei verschiedene Disziplinen machen und da gibt es einfach mehrere Varianten, man hat zum Beispiel Rennmissionen, wo man einfach durch die Gegend rennt und wer als erster beim Ziel ist, der hat halt gewonnen, man hat dann so Versus-Missionen, wo man andere mit Elektrogeschossen abschießen muss, man hat Sternsammel-Missionen, wo man einfach so Sterne verstreute Sterne in der Arena sammeln muss und das letzte war dann auch noch Survival-Missionen, wo man aus dem Hintergrund mit Raketen beschossen wird und dann einfach so lange wie möglich überleben muss und die Spiele sind einfach sehr, sehr platt, also sehr einfach mechanisch, trocken, langweilig, es ist, man hat relativ bald mal alles gesehen und vor allem diese Elektrogeschoss-Missionen, wo man andere abschießen muss, sind extrem jank, also gerade durch den Netcode wird man da ständig einfach von Projektilen getroffen, die von denen man nicht treffen hätte werden sollen, während die eigenen Projektile irgendwie kreuz und quer durch die Gegner durchgehen und es passiert einfach nichts und das fühlt sich einfach nicht spaßig an und keine Ahnung, dass sie da einfach so ein Hauptaugenmerk auf diesen Battle-Mode gelegt haben, obwohl die Spiele selbst einfach sehr trocken sind und nach ein paar Runden hat man eigentlich alles gesehen und es zahlt sich eigentlich nicht aus, da nochmal zurück zu gehen, weil wie gesagt, die Spiele sind einfach sehr mechanisch, platt und uninteressant, es ist keine Ahnung, da finde ich irgendwie werden die Ressourcen woanders besser aufgehoben, bei gewissen anderen Punkten von Sonic Superstars, weil der Battle-Modus war schon relativ bald nach Launch ausgestorben, ich bin für ein paar Runden so am Mittwoch nach Launch, also einen Tag nach Launch bin ich da reingegangen und habe mir gedacht, ich will mir das für das Review jetzt mal ein bisschen näher anschauen, habe mir extra Playstation Plus geholt, das geht hätte ich auch gerne zurück. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Weil ich mir halt gedacht habe, okay, ich muss das für das Review zumindest jetzt ein paar Runden mal spielen, weil ich will da einfach auch ein bisschen meine eigenen Erfahrungen da einfließen lassen und ja, es war einfach so langweilig, es war sehr langweilig und das finde ich einfach auch witzig, weil man hat dann am Ende ein Rangsystem, also man hat dann wirklich so eine Art Level-Up-System, wo man einfach in den Rängen dann weiterkommt und ich kann mir nicht vorstellen, dass da gar so viele Leute Zeit in diesem Modus stecken werden und wie gesagt, hat man das auch gesehen, weil ich habe einen Tag nach Launch basically zweimal eine Person und einmal zwei Personen gefunden. Aber du musst auch, vergiss nicht, dass das wirklich einen Tag nach Launch war, also die Leute haben da wahrscheinlich auch noch eher Singleplayer gespielt oder hatten das schon noch nicht mal. Eventuell fühlt sich das ja noch ein wenig. Könnte vielleicht auch sein, dass ich da einfach ein bisschen zufrieden dran war, das will ich jetzt auch nicht 100% abstreiten, aber selbst dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich sollte kurz nach Launch in diesem Leben ein bisschen mehr los sein von Leuten, die das einfach gerne ausprobieren würden, so zwischen ihrem Durchgang vom normalen Singleplayer-Modus. Das war halt nicht der Fall, also die Lobbys waren wie ausgestorben, da sind dann Bots reingeworfen worden und dann hat man die jeweils drei Disziplinen durchgespielt und es war einfach stinklangweilig und nach drei Runden habe ich gesagt, okay, ich habe basically alles gesehen, der Modus ist einfach sehr unlustig und nicht allzu spaßig. Ja, was auch unlustig und nicht allzu spaßig ist, sind die Achievements. Oh, eine Sache zum Battle-Modus wollte ich gerade noch erwähnen. David, du hast gerade dein Fazit gezogen, meine Güte. Mehr oder weniger, weil ich jetzt auf den anderen Punkt noch so ein bisschen weiterschwingen wollte, weil man hat ja in Sonic Superstars auch den Customization-Aspekt nochmal, also der ist ja auch ein essentieller Teil vom Battle-Modus selbst, wo man sich dann einfach aus so teilweise freischaltbaren Teilen so einen Roboter bauen kann, den man dann in den Battle-Modus in den Kampf schickt. daran ist halt alles Kacke. Ja, Das ist einfach, das Ding ist, was da im Hauptspiel dann die Medaillen, die sind kreuz und quer durch die Level verstreut und nehmen den Chaos Emirates basically die einzigen Sammelgegenstände des Spiels und dementsprechend, klar, es kann hin und wieder witzig sein, da sich jetzt einen eigenen Roboter zu basteln, um dann bar und multiplier zu spielen, aber will ich nicht mal sagen, dass das der Fall ist. Ja, das Problem ist, es ist halt alles abstrus teuer. Ja. Also allein, um den Roboter bauen zu können, braucht man schon 50 Medaillen, weil man den Prototypen kaufen muss dafür. Der wirkt sich übrigens auch dann auf den Singleplayer aus, so ist fein und es gibt halt super viele Kostüme, aber alles ist so fucking teuer. Ja, man muss die Farben teilweise, um einfach dem Roboter verschiedene Formen zu verpassen, für die einzelnen Körperteile, muss man die Formen einzeln kaufen, also man kann nicht eine Forme kaufen und dort auf diese Formen dann für alle Teile Zugriff, sondern die Formen sind im Grunde consumables, die Formen, und die kosten glaube ich 10, 20 pro Stück, ich weiß nicht, mache 10, mache 20, bin ich mir ganz sicher. Es ist auf jeden Fall zu viel, ja, weil bis man 20 Münzen im Singleplayer gesammelt hat, das dauert auch eine Weine, da muss man auch ein paar Level durchrennen und ja, das ist einfach das einzig Positive, was ich an diesem Customization Aspekt sehe, ist, dass man damit einen Bosskampf im Singleplayer Modus beeinflussen kann. Das habe ich auch nicht gewusst, weil wenn man im Multiplayer-Menü schon ein bisschen rumspielt, dann verändert sich tatsächlich der Boss von Cyber Station entsprechend dem Design, den man da im Metal-Modus gemasselt hat. Dann hat man im Endeffekt einen Metal-Sonic-Bosskampf fast das essentiell sowieso von Anfang an schon war, weil das ist halt wie ein Metal-Sonic-Bosskampf, wie wir den kennen. Ja, ganz genau. Das finde ich das einzige recht charmante Detail an diesem Customization Aspekt. Könnte man aber to be honest auch kritisieren, weil es ist halt in Teilen schon eine 1 zu 1 Kopie von Metal-Sonic-Bosskampf, nur dass es halt nicht Metal-Sonic ist. Es ist halt nur nicht Metal-Sonic, Und das hat dann auch die zweite Phase mit dem Riesen-Roboter. Aber, ja. Sonic Mania. Das ist so ziemlich der einzige Aspekt, für den man diese Medaille verwenden kann. Wirklich? Du gehst nicht darauf ein, dass die zweite Phase einfach Sonic Mania ist? Oh, ja, natürlich. Stimmt, Sonic Mania, doch, Sonic Mania Plus-Patch dann, stimmt, stimmt. Ja, ja. Also auch wenn das natürlich ein bisschen anders ist, ja, ist mir auch groß. ein bisschen anders, aber klar, der Vergleich kann auf jeden Fall genommen werden. Aber nee, es ist einfach, keine Ahnung, da jetzt die Medaillen jetzt nur für diesen Customization-Aspekt zu verwenden, oder dass der nur dafür verwendet werden kann, ist lahm, weil nicht alle Spieler wollen jetzt irgendwie Zeit in den Multiplayer stecken. Und abseits davon gibt es dann keine Motivation, die Medaillen aufzusammeln, weil die bringen einem dann eigentlich absolut gar nichts. Und das ist dann auch fürs Level-Design selbst schade, weil irgendwann denkt man sich einfach, okay, man hat alle Chaos Emeralds, warum jetzt großartig noch auf den Levels auf Entdeckungsreise gehen, wenn man eh noch die Medaillen kriegt. Also, keine Ahnung, das ganze System mit dem Multiplayer... Und dafür gibt es einen Grund. Ah? Dafür gibt es einen Grund, ja, und das wäre dann halt mein nächster Punkt, aber erzähl erst mal fertig. Ne, 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 ich meine, ich war eh basically am Ende. Es ist einfach schade, dass einfach ein Teil des Singleplayer, allerdings so stark auf diesen Multiplayer-Aspekt einfach der Fokus draufgelegt worden ist und die Medaillen nicht alternativ noch in der Lage waren, andere Sachen freizuschalten, wie, keine Ahnung, Concept Artwork, Musikstücke, wo man auch als Singleplayer ein bisschen mehr damit anfangen kann. Ja, aber ganz ehrlich, die Medaillen können dir halt auch einfach scheißegal sein und du verlierst eigentlich nichts von der Experience des Spiels. Absolut nicht, aber das finde ich einen Kritikpunkt, weil eigentlich wäre es ja toll, wenn man in den Levels was zu entdecken hätte, was dann wirklich auch positiv das Spiel an den Linus beeinflussen würde, weil man sich damit einfach coole Sachen freischalten kann oder was weiß ich. Kannst du ja einer Theorie, das ist halt noch nicht zu Ende gedacht. Eben. Also es ist halt irgendwie ein... Also es ist halt ein Aspekt des Spiels da wirklich... Also ehrlich, ist es besser, als was die Roten Ringe jemals getan haben? I guess. Das kann man auch sagen, ja. Also die Roten Ringe waren halt nur ein Achievement-Dingens. Und ich glaube in Sonic 4... Ach doch, da hat es auch ein Achievement gegeben. Und ja, manchmal hast du ja noch Unlockables gehabt oder sowas, aber am Ende finde ich das hier besser als Rote Ringe einfach zu sammeln, weil die Dinger respawnen. I guess, ja. Aber und jetzt komme ich zu diesen Erfolgen und Trophäen des Spiels. Aha. Ich hoffe, die lange Pause schneide ich raus, bevor ich das veröffentliche. Weil ich mich gerade echt zurückhalten musste. Oh nein. Ja, ein Punkt, der ja für doch einige immer mal wieder interessant ist, ist, wie es denn mit den Erfolgen und Trophäen auf den Xbox- beziehungsweise Playstation-Konsolen aussieht. Und das sieht so aus, dass erstmal ein großer Teil relativ straightforward ist. Das ist halt, schließe die Zone ab, schließe die Zone ab, schließe die Zone ab, verwandel dich in Supersonic, benutze die Emerald Power, benutze die Emerald Power. Das ist halt, ach, nervig. Aber dann kommt es halt irgendwann zu dem, was halt, ach boy, einfach nerviges, absolut nerviges Grinding ist. Wie typisch. Und ich bekomme gerade eine Nachricht, das Jugendwort des Jahres ist goofy. Okay. Keiner goofy. Das hat jetzt nicht so den Riss. Nicht ganz, aber ich fühle es selbst auch relativ häufig, also kann ich es diesmal ein bisschen verstehen. Nein, aber dann kommen halt wieder so diese nervigen Achievements, die ich seit, seit Urzeiten hasse, wo einfach kein spielerischer Mehrwert hintersteckt. Sowas wie, sammle 10.000 Ringe. Yay. Oder, verwandle Lagoon Cities Zielpfosten in einen Fruchthaufen, was halt basically einfach nur heißt, ja, schlag halt mit Amy 100 Früchte durch die Gegend in dem Level und sterbe dabei nicht. Okay, gut, das ist schon ein bisschen spielerischer Mehrwert, aber dann benutze Sonics Dropdash, um 100 Gegner zu besiegen, benutze Tails Luftattacke, um 100 Gegner zu besiegen, benutze Knuckles Gleiten, um 100 Gegner zu besiegen, benutze Amys Hammer, äh, Hammer, um 100 Gegner zu besiegen, benutze Trips Doppelsprung, um 100 Gegner zu besiegen. Und ich denke mir so, was soll denn diese Scheiße? Ja. Das zieht doch alles nur komplett in die Länge und ich habe auf dieses Spiel keinen Bock, das auf diese Art zu spielen. So, was sind da das für Achievements? Das ist ja, das gibt doch einem nichts, wenn man jetzt 100 Gegner beim Gleiten besiegt. Mach doch aus Achievements irgendwas Cooles, irgendwie Sammelgegenstände, die ich halt einsammeln kann, so wie alle roten Ringe, so nervig das war, dadurch habe ich immer neue Level-Aspekte kennengelernt. Ja. Und dann gibt es halt so, ja, sammle 100 Medaillen von Bonus-Stages. Das sind die, wenn man 50 Ringe an einem Checkpoint hat, da reingeht und dann drei Ebenen hat, wo man die Medaillen sammeln kann. Ja, genau. Sammle halt einfach mal 100, viel Spaß. Das soll ich der Job als Special-Stages, ja. Sammle 600 oder mehr Ringe in einem Fruchtakt, ist fair, weil da ist es teilweise schon echt schwierig, viele Ringe zu bekommen und da muss man dann halt überlegen. So, das ist wenigstens was challenging ist, besiege 1000 Gegner, schön, wieder einfach nur Grinding und alle goldenen Gegner und goldene Gegner sind quasi die neuen roten Sternringe. goldene Gegner sind irgendwo in der Stage versteckt und man muss sie halt besiegen und man darf dann nicht mehr sterben. Das ist an sich okay, bis zur letzten Zone mit Trip. Oh yeah. Also, es tut mir leid, aber wer hat sich das, wer hat sich diese dumme Scheiße ausgedacht? Könnten wir das bitte, bitte nicht machen? Ach, was ist so schlimm daran? Man muss leider einen superschweren Final-Boss im ersten Versuch schaffen und wenn man es nicht schafft, muss man einfach ganz Egg Fortress Act 2 nochmal durchspielen. Ist ja absolut kein Problem. Ja, und wie gesagt, das sind halt so die Achievements, die durchaus nervig sein können. Ansonsten ist die Liste relativ einfach. Es ist halt in Teilen wirklich echt nur ein nerviges Gegrinder und das, sowas mag ich nicht. Ja, ist auch der Grund, warum ich mit den Achievements meistens einfach kein Deut gebe. Na, bei Sonic-Spielen, bei Sonic-Spielen, ich habe halt alle Sonic-Spiele auf 100 Prozent, abgesehen von Sonic Adventure 2. Und das ist schon dann, wenn da jetzt halt Sonic Superstars in der Liste drinsteht mit meinen jetzt gerade 60 Prozent, denke ich mir schon so, äh. Da geht noch was. Was halt kacke ist, ist, dass ich ja dann auch noch die Playstation 5-Version habe, also haben werde, irgendwann mal, ich habe die jetzt noch nicht, aber ich werde sie mir definitiv holen, weil ich bin halt ein Sammler, ja. Und dann darf ich das da nochmal machen, weil das ist halt mein eigener Ehrgeiz. Ja. Und dann spiele ich die PS4-Version, wo ich das dann nochmal machen darf. Yay. Weil, aber warte, das checke ich mal ganz kurz gegen, aber ich rechne damit, dass das so wie bei Sonic Origins ist und bei Sonic Frontiers. Ja, es gibt einmal Sonic Superstars und Sonic Superstars PS4. Das sind zwei separate Trophy-Lists. Oh, no. Ja, genau deswegen. Ich werde wahrscheinlich die PS4-Version spielen, den Spielstand übertragen auf die PS5 und ich hoffe, das funktioniert einfach dann, dass dann alle Trophäen anlocken. Ja. Sorry, aber nee, ich mache die Scheiße nicht dreimal. Oh Gott, ich habe auch noch die Steam-Version. Viermal. Ja. Nee, also die Achievements. Die Hälfte ist halt einfach straightforward, ja, spiele halt das Spiel durch und die andere Hälfte ist mehr, so teilweise challenging und die Hälfte davon ist halt einfach Grinding-Scheiße. Ja. Und sowas mag ich nicht. Understandable. So, was ist jetzt das Fazit für Sonic Superstars? Ja, wir sollten langsam Richtung Fazit kommen, weil ich glaube, wir wollten eigentlich eine Drei-Stunden-Folge vermeiden, aber irgendwie sind wir zuerst davon dran. Ups. Also, darf ich zuerst oder willst du zuerst? Oh, nee, hau raus. Also, bei allem, was ich jetzt die letzten Stunden gesprochen habe, muss ich halt leider sagen, dass Sonic Superstars ein Spiel ist, was mir aus persönlicher Sicht, jetzt nicht aus objektiver Sicht, sondern aus persönlicher Sicht, ist es halt einfach so, es ist mir völlig egal. Ich habe, ich habe jetzt irgendwie, ich finde das nicht scheiße, ich finde es aber auch nicht gut. Es ist halt absolute Durchschnittskost. Ich habe jetzt nicht übermäßig Bock, es zu spielen, also tatsächlich habe ich meistens keinen Bock, das zu spielen, was aber nicht daran liegt, dass es schlecht ist, sondern einfach, dass ich dem Spiel gegenüber absolut keine Emotionen empfinde. es hat durchaus ein paar Highpoints, wie beispielsweise Press Factory Act 1 fand ich sehr cool, das Finale, die Fortress Zone, sehr cool. Ein paar Soundtrack-Highlights sind auch dabei, aber wenn ich schon über ein Sonic-Spiel sage, dass der Soundtrack mitunter der schlechteste Aspekt des Spiels ist, es tut mir leid, wo sind wir gelandet? Ja, da ist irgendwas schief, schon. Das ist normalerweise bei vielen Sonic-Spielen das, was als das einzig Gute hervorgehoben wird in Reviews und so und jetzt ist das irgendwie das, was mein Empfinden des Spiels nochmal ordentlich runterdrückt. Es ist auf keinen Fall die 60 Euro wert und da werde ich auch, bei dieser Meinung werde ich bleiben, das Spiel ist keine 60 Euro wert, es tut mir leid, man hat es da fünf Stunden, hat man den ersten Playflow durch, weitere fünf Stunden plus drei Stunden Final Boss hat man hat den zweiten und dann strecken sie halt die Spielzeit mit irgendwelchen richtig dummen Achievements, und ich finde es halt ultra schade, weil ich hätte gerne falsch gelegen mit dieser Einschätzung von Sonic Superstars. Ich habe von Anfang an gesagt, dieses Spiel wird keine 60 Euro wert sein und es ist keine 60 Euro wert und ja, da können sie jetzt noch so sehr sagen, das sind halt zwölf Zonen, die Hälfte der Zonen hat nur ein Act, also fast. Nicht die Hälfte, aber ein Treibungs. Ja gut, das war jetzt natürlich ein bisschen übertreiben, aber so, brich es runter und du hast Maximum neun Zonen, wenn du jetzt sagst, wirklich zwei Acts sind ne Zone. Klar, du hast dann manchmal noch die Bonus Acts, aber wenn ich das beispielsweise mit Sonic Mania vergleiche, ist jetzt kein fairer Vergleich, weil Sonic Mania hat wie viel gekostet? 30? 20? 20 zum Launch, ja. Und 30 dann mit Plus, wenn man es noch gekauft hat, physisch. Ja, und jetzt sitzen wir halt hier mit Sonic Superstars, was ein eindeutig kleineres Spiel ist für 60, was in so ziemlich sämtlichen Punkten schlechter ist als Mania und das soll jetzt nicht so richtig zerstörerisch klingen, sondern einfach Mania ist aus meiner Sicht das bessere Spiel und da kommt Superstars halt nicht im Ansatz ran, leider auch wenn es halt okay ist, aber es ist halt nur okay und es ist nicht 60 Euro okay. Ich hab's so oft gesagt und ich bin jetzt nicht enttäuscht vom Spiel, weil ich hab basically bekommen, was ich erwartet habe. Ein Spiel, was dein Geld nicht wert ist, was mich nicht hypt, was ich lieber in einem Sale mal geholt hätte, aber weil ich ein Sonic Fan bin, brauchte ich's natürlich zum Launch und ich hab wirklich gemischte Gefühle gegenüber dem Spiel. Ich empfehle es mal zu spielen, weil es hat durchaus seine netten Aspekte und es gibt halt die ein oder andere Sache, die mir persönlich Spaß gemacht hat, aber 60 Euro nicht. Und wenn ich jetzt meine persönliche Meinung ein bisschen außen vor lasse und versuche das objektiver zu betrachten, einfach mal runtergebrochen auf eine Sternewertung, es ist halt eine 7, denke ich. Also sagen wir eine 6 bis 7, weil es geht halt nicht über Durchschnittskost hinaus und das finde ich schade, weil das Potenzial da gewesen wäre, dass mehr draus wird, aber vielleicht der Nachfolger. Mal gucken. Ja. Oder der obligatorische Plus-DNC vielleicht. Wer weiß. Und jetzt übergebe ich das Wort an David für sein Fazit, was deutlich positiver wahrscheinlich ausfallen würde als meins. Deutlich, I don't know, ob ich deutlich positiver jetzt sagen würde, weil, wie gesagt, deiner objektiven Darstellung würde ich mich größtenteils anschließen. Allerdings, ich persönlich habe durchaus sehr viel Spaß mit Sonic Superstars gehabt und das liegt für mich einfach größtenteils daran, dass das Kern-Gameplay einfach wirklich gut übernommen und umgesetzt wurde. Das auf jeden Fall, ja. Das ist einfach die große Stärke des Spiels, dass der Kern einfach diese Classic-Sonic-Mechaniken jetzt in einen 3D-Titel zu übertragen, der von diesen Klassikern inspiriert ist, aber auch in gewissen Sachen jetzt so ein bisschen das Gameplay weiterführt. Das hat für mich wirklich größtenteils echt gut funktioniert. Mir gefällt, mir gefällt einfach die Physics, mir gefällt sehr, wie sich die Charaktere einfach anfühlen, welches Gewicht die Charaktere haben. Sie lassen sich wirklich sehr toll durch die einzelnen Level steuern und das Level-Design von den einzelnen Leveln auch dann im späteren Verlauf, was ja so ein bisschen meine Sorge war, auch im späteren Verlauf ist es relativ offen, relativ momentumbasiert und man ist einfach, das Spiel hat einfach für den Großteil der regulären Stages echt einen guten Flow. den Flow, den ich wirklich mit den klassischen Sonic-Spielen vergleichen würde und auch mit Sonic Media vergleichen würde. Es kommt nicht an die Höhen ran, die jetzt Sonic 3 & Knuckles und Sonic Media zum Beispiel gehabt haben, aber für mich reiht es sich trotzdem jetzt auch durchwegs, was Classic Sonic angeht, in eines der besseren Spiele von dieser Ära ein, wenn man da jetzt wirklich direkt den Vergleich ziehen würde. Also für mich wäre es so, auf einer Stufe wende ich gar ein bisschen besser wie Sonic CD. Nicht ganz Sonic 2, aber so... Was? Ja, also mechanisch... Podcast ist beendet. Nö. Das mache ich nicht mit. Nee, das gebe ich dir nicht. Nein, ist okay. Es ist deine Meinung. Wie gesagt, also mechanisch gefällt mir Sonic Superstars einfach vom Level-Sein her auch besser als Sonic CD. Ja gut, Sonic CD hatte aber auch einen sehr anderen Approach an das Level-Design. Das darf man ja nicht aus der Acht lassen. Der Vergleich ist wahrscheinlich auch ein bisschen unfair. Aber wenn man jetzt einfach nur die Classic-Spiele so ein bisschen aufstellen würde nach der Reihe, dann würde ich sagen, Sonic Superstars ist basically im Mittelfeld drin für mich. Ich würde Level-Design übrigens einordnen als eine Mischung von Sonic 1 und Sonic 2. Also es hat die verschiedenen Pfade, die Sonic 1 hat, gemischt mit die Linearität, die Sonic 2 mitgebracht hat. I don't know. Ich würde sagen, Level-Design-technisch kommt es auch relativ gut an Sonic 3 und Knuckles ran. Was jetzt einfach die Offenheit der Sonnensie ist und einfach der Mix aus Speed und Platforming. Also dazu sind mir die Levels ganz einfach zu kurz. Auch. Aber das ist ein Aspekt, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Die Levels, Bosse ausgenommen, sind halt meistens einfach zwei bis drei Minuten lang. Aber das ist für mich auch ein halbwegs guter Punkt, weil letztendlich, klar, wir haben jetzt einfach das Extrembeispiel mit Sonic Forces, wo die Modern Sonic-Level irgendwie eine Minute lang sind. Das würde ich mir auch nicht wünschen. Aber Sonic, keine Ahnung, Sonic Superstars hat für mich da einfach einen relativ guten Sweetspot, wo wir einfach bei ungefähr drei Minuten pro Level sind, manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger, vor allem, wenn jetzt eine Saison nur ein Act hat, da gehen die Level meistens so Richtung fünf Minuten. Ja, aber das Verhältnis ist halt so kacke, weil ja dann so drei Minuten Act an sich ist ja okay, aber wenn man dann sieht, dass man halt sechs Minuten Bosskampf dahinter hat, dann habe ich da weniger Lust drauf. Ja, das ist auch voll verständlich. Das ist letztendlich ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen, tut mir leid. Erzähl weiter. Alles klar, wir sind wieder aufgeschweift. Aber ja, also wie gesagt, was die Classic Mechanikin, die Kernmechanikin von Sonic Superstars angeht, wirklich gute Arbeit von Arzest und da hoffe ich, dass das vielleicht in den potenziellen Nachfolger noch ein bisschen erweitert wird, einfach noch ein bisschen mehr Eigenständigkeit kriegt, aber an sich wirklich sehr guter Versuch einfach auf ein Classic Spirit of Sonic Spiel. Aber wie gesagt, die Probleme kommen halt dann in Richtung Bosskämpfe, teilweise auch Special Stages, teilweise sehr uninspirierter Multiplayer, sehr chaotischer Multiplayer und auch was den Coop Multiplayer angeht. Und es ist einfach, man hat wirklich gutes Care Gameplay, das einfach dann an so vielen Seiten von irgendwelchen Zusätzen einfach ein bisschen runtergezogen wird. Einfach voraus hauptsächlich mal die Bosskämpfe, weil die einfach dann Teil der einzelnen Level sind, durch die man sich dann am Ende durchkämpfen muss, wo ich einfach finde, dass die Designphilosophie aus den alten Classic-Teilen da nicht ansonsten genauso gut übernommen worden ist, sondern sie haben sich mehr in Richtung auch Sonic 4 orientiert, was die Bosskämpfe da angeht und eine kleine gute Idee. Und das drückt das Spielerlebnis einfach doch ein bisschen nach unten. Nicht weit genug, dass ich jetzt sagen würde, okay, Sonic Superstar sollte absolut überhaupt keiner von gespielt werden. Absolut nicht. Ich habe trotzdem sehr viel Spaß mit dem Spiel gehabt, aber es ist halt, es drückt einfach das Gesamterlebnis ein bisschen nach unten. Man hat einfach wirklich ein extrem starkes Grundgerüst, aber letztendlich ist es nicht so gut erbaut worden, dass da ein echt schönes Haus draus geworden ist, sondern keine Ahnung. Da ist ein bisschen Verfall mit drin. Und alles in allem würde ich jetzt Sternbewertung Sonic Superstars einfach mit einer dicken Fanbrille auf dem Kopf würde ich sagen 7 bis 5 bis 8 Punkte, aber eine 7 bis 10 wäre wahrscheinlich objektiv eine relativ faire Bewertung, weil es einfach zu viele Sachen gibt, die das ganze Erlebnis ein bisschen nach unten drücken. Warte mal, das musst du mir jetzt nochmal erklären. Mit Fanbrille auf ist es eine 7,5 bis 8 Punkte Wertung, aber ohne Fanbrille ist es eine 7 bis 10. Bitte, eine 7. Eine 7 von 10. Habe ich bis gesagt? Achso, ja, du hast bis gesagt. Ah, sorry. Eine 7 von 10, natürlich, sorry. Okay. Aber, ja, wie gesagt, was die Punktewertung bei mir halt beeinflusst, ist eben der Preistag und für 60 Euro will ich da keine 7 hinschreiben, leider. Das ist auch das Ding, ich würde auch sagen, 60 Euro ist Sonic Superstars letztendlich nicht wert. Es wirkt, weil wenn man jetzt einfach gegenüberstellt, man hat mit Sonic Media einfach ein nochmal so viel besseres Classic-Erlebnis auch. Für ein Drittel des Preises. Ja, die Mechaniken sind relativ 1 zu 1, was den Level selbst angeht, aber Sonic Media hat einfach rundum einfach ein besseres Erlebnis, weil einfach die Bosse und Co. einfach viel besser umgesetzt sind. Und da hat man Sonic Media für 20 Euro gekauft und einfach viel mehr aus dem Spiel rausholen können als jetzt Sonic Superstars mit 60 Euro. Und ja, das funktioniert einfach nicht. Der Preis funktioniert einfach nicht, wenn man dem jetzt mit anderen Sonic-Spielen der selben Art so ein bisschen gegenüberstellt. Klar, Sonic Superstars hat dann die ganzen 3D-Grafiken und I don't know, für mich persönlich ist das kein Kaufargument, wo ich sagen würde, mir wert ist, jetzt mehr dafür zu zahlen, weil ich mag Sprite Artwork allgemein auch ein bisschen lieber als jetzt solche 3D-Artworks. Das ist wirklich nur eine persönliche Präferenz, aber das ist halt einfach keine Ahnung. Das ist für mich kein Grund, warum ich jetzt für ein Spiel unbedingt mehr zahlen müsste. Wahrscheinlich eher auf Sachen wie Wiederspielwert und alles Mögliche. Aber ja, letztendlich würde ich sagen, Superstars, 60 Euro, nicht ganz. Ich würde sagen, 40 Euro rum ist halbwegs fair. Also, wenn man jetzt, ich gebe euch sehr stark dazu aus, dass das Leute richtig zählen. Ich berechne mal Inflation mit ein, also ich würde vielleicht auf 50 gehen, weil wir wissen, leider alles ist teurer geworden. Das ist nun mal so. Auch Spieleentwicklung wird nicht billiger. Aber ich gehe halt Maximum so 50, höher nicht. Ja. Wie gesagt, also so 40 bis 50 Euro würde ich durchaus sagen, ist ein fairer Preis für das, was Sonic Superstars einbieten kann. Auch eben für den relativ starken Wiederspielwert, den das Spiel natürlich als ein Klassikspiel automatisch so ein bisschen hat. Es macht einfach Spaß, einfach immer schnellere Wege zu finden und mit verschiedenen Charakteren durch die Sohns zu rennen, um da einfach dann ein bisschen leicht anderes Spielerlebnis zu haben. Das ist auf jeden Fall auch mit Sonic Superstars gegeben. Aber ja, ich würde mal behaupten, es wird nicht lang dauern, bis die ersten Sonic Superstars Sales auftauchen. Und für alle, die gewartet haben, wo 60 Euro ein bisschen zu abschreckend war, kann ich sagen, Richtung 40 Euro, glaube ich, würde es sich schon rentieren für Classic Sonic Fans vor allem. Man muss halt, fairerweise muss ich jetzt aber auch noch den Disclaimer dazu lassen, ich habe keine 60 Euro für das Spiel bezahlt. Ich habe, okay, ja doch, für die PC-Version schon, aber sowohl Xbox als auch Switch waren bei Amazon, Hashtag Not Sponsored, schon während des Vorbestellerzeitraums auf 50 Euro reduziert. Heißt, ich habe für beide grob auch nur 50 Euro bezahlt. Wenn ich jetzt gucke, PlayStation 5 47,99, Switch 47,99, ähm, warte, ich muss mal kurz das Ding aufmachen, weil ich die restlichen Plattformen nicht sehe, äh, PlayStation 4 47,99, äh, Xbox 47,99, also es ist schon für unter 50 zu haben. Super Mario Bros. Wanda allerdings auch. Ja, und das kam vor ein paar wenigen Tagen raus, ja. Ach, und Sonic Superstars nicht, oder was? Das ist vor ein paar mehr Tagen inzwischen. Ja, aber, ne, du weißt, was ich meine. Ja, keine Sorge. Arne, trotz allem würde ich sagen, habe ich sehr viel Spaß mit Sonic Superstars gehabt und es hat Laune gemacht, auf jeden Fall, den Großen des Spiels, aber, wie gesagt, so gewisse Kleinigkeiten, die sich einfach sehr stark während dem Durchgang summiert haben, die haben das ganze Erlebnis einfach ein bisschen nach unten gedrückt und deswegen kann ich jetzt nicht behaupten, dass Sonic Superstars im Ansatz an ein Spielerlebnis rankommt, wie Sonic 3 und Knuckles oder Sonic Mania. Aber, wie gesagt, in Sachen Classic Sonic Gameplay würde ich es ungefähr ins Mittelfeld stellen, vielleicht ins etwas schlechtere Mittel. Also schlechter als Sonic 1 ist es nicht. Nö, auf keinen Fall. Ja, und das war es mit unserer doch sehr ausschweifenden Diskussion zu Sonic Superstars. Ja, wie gesagt, wir haben ja ursprünglich potenziell schon vorgehabt, dass Fastie heute mit dabei ist. Ich weiß nicht, wie lange das genau hätte, wenn wir da jetzt zu dritt gesessen wären. Ja, ich meine, gut, ich muss auch dazu sagen, ich habe dich halt schon häufiger auch unterbrochen, um dann da irgendwie was einzuwerfen, das tut mir leid. Alles gut, kein Problem. Das ist ja auch eine interessante Diskussionsdynamik alles in allem. Aber ich möchte dazu erwähnen, dass David im Vorfeld gesagt hat, er möchte heute gar nicht mehr so viel erzählen, weil er letzte Woche schon fast alles gesagt hat. Same, ja, aber das war halt im Sinne von, wenn Fastie jetzt dabei gewesen wäre, dann hätten wir euch beiden das Wort überlassen und jetzt allerdings sind wir zu zweit, da muss ich schon ihn wieder ein bisschen mitreden. Ich kann jetzt nicht drei Stunden einfach Text geben, wo ich kaum was dazu sage. Oh, das wäre nicht das erste Mal, ich meine, was? Wow. Erinnere dich mal an Sonic Frontiers. Ich meine, ja. Ich habe das irgendwie gefühlt fünf Wochen vor dir durchgehabt. Mhm. Nee, aber wir hoffen, euch haben unsere doch teilweise recht verschiedenen Meinungen an bestimmten Punkten auch ein bisschen gefallen. Das ist ja, David und ich sind viel zu häufig gleicher Meinung. Ja, stimmt allerdings. Doch bei Superstars schneiden sich die Geister jetzt bei uns ein bisschen. Und dass euch auch die Diskussion gefallen hat, könnt ihr uns auch mitteilen in Kommentarform auf beispielsweise YouTube oder auf Spotify und dort auch gerne mal eure Meinung zu Sonic Superstars natürlich niederschreiben. Mhm, wenn wir jetzt freuen. Und so negativ mein Eindruck jetzt auch rüberkam, gerade so mein Fazit, ist nicht so gemeint. Also lasst euch von uns bitte nicht das Spiel versauen. Ja. Niemals, bei gar keinem Spiel. Wenn ihr ein Spiel gerne spielen möchtet und ihr euch drauf freut und ihr Bock drauf habt und ihr Spaß dran habt, dann habt das bitte. Wir sind, wir haben Meinungen. Wir sind keine Autorität, was jetzt Sonic the Hedgehog angeht, in absolut keiner Form. Natürlich, sowas wie Technik und sowas, das betrachten wir hier auch immer relativ objektiv und ich habe auch versucht, jetzt in dieser Folge und das versucht David eigentlich auch immer, ein bisschen das Fan, also die eigene Meinung vom Objektiven ein bisschen zu trennen und da beide Blickpunkte einzunehmen, gelingt natürlich nicht immer gut, weil man kriegt die eigene Meinung nicht ausgeklammert komplett. Es funktioniert einfach nicht, wir sind Menschen. Und wir sind eine Fanseite, also ja. Ja. Und freut euch auch noch auf das schriftliche Review, was von David im Laufe der Woche wahrscheinlich kommen wird. Ich glaube, ja. Denn da hast du wieder sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt und das könnt ihr dann auf spindash.de natürlich nachlesen. Am Donnerstag um 20 Uhr auf twitch.tv slash rookie185 werden wir Sonic Superstars weiterspielen und dann zumindest die normale Story beenden und wie wir dann mit Trips Geschichte verfahren, das werden wir noch sehen. Genau, schauen wir dann. Und ja, in diesem Sinne bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer liken, teilen, kommentieren. Natürlich positive Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts kommt gerne auf unseren Discord-Server. Einen Link dazu findet ihr überall auf jeder Plattform unten in der Beschreibung. Genau. Und da freuen wir uns immer über neue Leute in der Community. Ihr könnt hier mit vielen, vielen anderen über Sonic diskutieren, ihr könnt mit uns diskutieren über Sonic und über andere Dinge, dort auch Feedback dalassen an die Folge und wenn ihr das nicht so öffentlich machen wollt, haben wir sogar eine E-Mail-Adresse, nämlich goddapodcast at gmail.com schaue ich da auch regelmäßig rein und ja, jetzt macht es nicht gut, macht es besser. Wir verabschieden uns mit dem Outro-Song gesungen von Zebo Labs, gespielt von der Band Das Güldene Loch. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Macht das gut. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Ich gehe den schnellsten Igel auf dieser Welt, der einfach allen hilft und danach macht, was ihm gefällt. Oh ja, ja. Sonic kann Spiele, Filme, Serien und noch mehr. Sich das alles zu merken, fällt mir schwer. Doch zum Glück hab ich Ruki und den DERF dabei. Die sind ein wahres Endsichtlos bietet ja die zwei. Kommt abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst und schaltet ein zum Goddapodcast.